Twinspark, der Motorrad-Podcast. Nimmst du schon auf? Ich nehm schon auf. Moment. Okay, das war der totale Kripp hier. We fix it in the post. Yes, we do. Prost. Weil es wir noch nicht mal ein Bier aufmachen kriegt sind. Es ist Jahresende und die Kräfte schwinden. Aber wir haben noch genug Saft auf der Batterie, um noch eine Podcast-Folge zu produzieren. Genau, die Vorweihnachts-Folge. Ich habe gerade nachgeschaut. Wir haben dieses Jahr angefangen mit Folge 23. Das ist jetzt Folge 46. Wir haben exakt 24 Folgen, die sie mir abgeliefert. Pro Monat zwei Folgen. Mein innerer Morgen freut sich gerade und klatscht. Und wir haben da doch irgendwie unseren Standardrhythmus gehalten. Obwohl es hier mal Pausen gab. Sommerpause, bisschen längeren Delay. Aber stabil abgeliefert für die Fragen, Frau Höfler. Herr Hauser, wann haben wir das denn gemacht? Ich habe nämlich auch gerade vorhin nochmal aufgeschrieben, welche Gäste in welcher Folge. Ich bin ja hier ausnahmsweise mal vorbereitet. Und ich frage mich gerade, wann haben wir das gemacht? Wir haben ja auch recht lang Sommerpause gehabt. Aber ja, genau. Vielleicht erst einfach mal so ganz grundsätzlich herzlich willkommen zur Folge Nummer 46. Die Valentino Rossi-Folge ist unsere. Oh mein Gott, da freut sich mein innerer Monk. Ich bin da die glücklichste kleine Carina der Welt. Das ist großartig. Also die kleinen Dinge im Leben. In diesem Fall herzlich willkommen zur Rossi-Folge. Wir werden nicht über Valentino reden, aber eher so über unser Jahr. Was wir alles so quasi erlebt haben. Welche Menschen, denen wir begegnet haben. Was die Menschen, die wir begegnet sind, jetzt gerade so machen. Genau. Und was wir vielleicht für bescheuerte Ideen für nächstes Jahr haben. Genau. Und dann noch so ein paar, ja, ein paar kleine Recaps. Einfach was so, was so passiert ist, was noch passieren wird im nächsten Jahr. Was wir vorhaben. Und ein paar kleine Herzensempfehlungen kommen zum Schluss auch noch. Unter anderem von dem einen oder anderen Gast, der hier schon im Podcast war. Und genau, einfach so ein bisschen das Jahr ganz entspannt und ruhig ausklingen lassen. Man hört es ja vielleicht, der Alex ist noch leicht erkältet. Und bei mir ist auch gerade so die Jahresendstimmung irgendwie auf, ja, Akku ist leer und braucht ganz dringend mal wieder eine Ladung. Ich bin ein E-Fahrzeug und möchte gerne schnell geladen werden. Genau, bitte ein Typ, was war das C-Lader-Gerät? C-Laden, bitte. Ich lerne es noch, glaube ich. Grüße an Jürgen an dieser Stelle. Ja, letzte Folge. Der würde gleich den Kopf schütteln, so, oh, ihr habt nicht zugehört bei mir. Nein, Jürgen kann aber auch nur AC-Laden. Ah, so viele Themen, was fangen wir an, Carina? Du hast einen wunderbaren Spickzettel geschrieben. Ich würde sagen, rekapitulieren wir doch einfach mal unser Podcast, ja. Wollen wir uns wirklich an das Programm halten? Das ist ja völlig so ein bisschen spießig, oder? Ja, das ist total spießig. Ja, okay. Ach, geht schon. Ach, geht schon. Folge 23. Erste Folge, 14. Januar, Stefan Tappert. Ja, cool. Total cool. East Moto. Ich habe immer noch Bock, ich habe es dieses Jahr natürlich nicht geschafft, bei Stefan Natur zu buchen. Shame on me. Das kommt gleich auf meine To-Do-Liste fürs Jahr 2023. Moment, schreibe ich mir gleich mal auf. Aber total cool, weil den habe ich nämlich auf den Motorrad-Days kennengelernt. Da habe ich mich so gefreut. Voll gut. Ach, sehr gut. Ja, ich habe mir extra ein Motorrad gekauft, um bei mir mitfahren zu können. Naja, ist eine Ausrede. Post-Rationalisierung der Dominator-Anschaffung. Aber ich hatte eigentlich vor, mit der Domi, wenn sie fertig ist, bei mir zu fahren, der hat ja jetzt letztes Wochenende gerade noch so ein kleines Nikolaus-Special gemacht, aber er war dadurch schon ausgebucht. Die war zu spät. Sonst hätte ich bei ihm noch ein bisschen durch den Märkischen Sand getobt. Aber das ist schon mal eine der Vorsätze für nächstes Jahr. Irgendwann buche ich mich da ein. Ich habe ja auch dann mal das Video von Walle gesehen, das sie im Frühjahr aufgenommen haben, wo sie halt auch so ein bisschen mit den Geessen da unterwegs waren. Und der eine oder andere hat sich schon mal gepflegt, hingemault auf den tieferen Sandetappen. Und da war ich schon mal froh, dass ich mich letztes Jahr, als ich mitgefahren bin, schon vorher auf der ersten kleinen Sandfurche schon hingemault habe und die tiefen Sahara-Dünen erst gar nicht erlebt habe. Aber das kommt nächstes Jahr, weil wir haben dieses Jahr trainiert und es ist alles, der Skill-Level hebt sich, aber dazu kommen wir später. Ja, genau. Außerdem gibt es ja beim Enduro-Action-Team auch Sand-Trainings, wie wir gelernt haben. Ja, mein Entgegner. Dann kommen wir zur Folge 24, Carsten Merz, da kannst du was zu sagen. Ja, Carsten, ganz großartiger Mensch an dieser Stelle. Ganz, ganz herzlichste und liebste Grüße, denn Carsten hat uns von seinen Experiences und seinen Erfahrungen erzählt zum Thema Motorradbekleidung. Und den lieben Carsten habe ich nämlich im November auf der EICMA wieder gesehen. Was hat er da gemacht? Ja, nicht nur seinen Anzug, sondern seine Kollektion präsentiert hat. Total geil, wirklich. Carsten ist halt einfach der Wahnsinn. mit North of Berlin, wie seine Marke heißt, ist er jetzt gerade voll am Durchstarten. Das ist, soweit ich weiß, ich hoffe, das darf ich hier erzählen. Die ECE-Zertifizierung fehlt noch, aber ansonsten hat er einfach wahnsinnig tolle Motorradklamotten angestellt. Echt, ich bin total begeistert mit super liebevollen kleinen Details. Weißt du, so Leder, so Lederlaschen an den Zippern dran und jede Lederlasche hat einen Druckknopf, den man dann noch befestigen kann, jetzt gerade so am Halsbereich, dass es nicht irgendwie rumschlendert und so. Die Schnitte sind toll. Ich habe eine Jacke probieren dürfen. Die sitzt super gut. Also, und die Materialien sind großartig. Der Stil ist wunderschön mit so dunkelblauem Stoff. Passt unfassbar gut zur aktuellen 1250 Style Trophy, muss man zugeben. Und ich war einfach hin und weg. Und ich weiß nicht, ob mir das zusteht, das so zu sagen, aber ich bin total stolz auf ihn, was er in der Zeit einfach gerissen und geleistet hat. Und es ist einfach total schön auch zu sehen gewesen, wie seine Kollektionen bei allen möglichen Leuten, die sie begutachtet haben, ankamen. Und das hat mich einfach sehr, sehr glücklich gemacht. Das Schöne war, ich habe ihn ja nach der Eikmar getroffen, nicht auf der Eikmar, als er in Berlin so sein ganzes Gerümpel wieder ausgeladen hat, seine Maschinen. Und das war, glaube ich, eine Woche nach der Eikmar und der war immer noch so platt. Der war so, er ist ja so ein bescheidener Kerl, aber so, Alter, das habe ich nicht kommen sehen. Aber wo sie alle irgendwie ihm so über den grünen Klee gelobt haben, wie du sagst, der hat einen geilen Geschmack, einen geilen Stahl hingelegt, die Qualität ist super. Ich habe es selber noch nicht gesehen, nur die Bilder. Ich bin sehr gespannt, das auch mal irgendwie anzugrabbeln, das Ganze. Aber der war von seinem eigenen Erfolg sowas von durch, so, Alter, ich brauche jetzt mein Bier. Auf seiner Trockner Berliner Art und ich gönne es ihm voll, weil es echt einer von den Guten und wenn das jetzt nach vorne losgeht, dann wäre es ihm echt nur von Herzen zu wünschen. Absolut. Also wirklich, ich bin da auch mit Herzblut dabei. Ich habe es schon gesagt, ich lege auf jeden Fall zur Seite, damit ich mir seinen Anzug kaufen kann, weil zum einen bin ich halt von ihm als Mensch super überzeugt und halt auch von den Produkten. Da muss ich echt sagen. Also mich hat es auch krass umgehauen und einfach total, total schön, das so miterleben zu dürfen auch, weil wir haben ihn halt vor fast einem Jahr ungefähr interviewt und da hat er noch erzählt, was er so im Kopf hat und hat uns ja dann so ein paar Skizzen beschrieben und dann steht da halt ein Dreiviertel des Jahres später eine fertige Kollektion am Kleiderständer. Also ich war echt total hin und weg, voll cool. Und er ist halt eine Modern Mensch, er ist halt kein großer Konzern, sondern er macht das halt irgendwie so und mit seinen Lieferanten. Finde ich sehr beeindruckend, auf jeden Fall. Also Leute, North of Berlin, der Norden von Berlin, es wird Großes auf euch zu kommen. Guckst du auf Instagram, folgst du. Wir werden es auch in den Shownotes verlinken. Ich habe inzwischen auch total schön, das freut mich jedes Mal wieder, es gibt tatsächlich Menschen, die unsere Shownotes lesen und es macht mich zum einen wahnsinnig glücklich und zum Zweiten werde ich sie deshalb einfach weiterschreiben. Carina, unsere Shownotes-Beauftragte, sehr schön. Das macht mich wirklich glücklich, weil irgendwann hat man jemand gesagt, ach Mensch, diese Kack-Shownotes liest doch sowieso keiner. Doch, 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 doch. Ach, großartig. Liebe Grüße an alle Menschen, die die Shownotes lesen. Dankeschön. Shownote-Liebe. Dann die Folge 25 hat mir Götz Göpper zu Gast und das ist eine sehr gute Brücke. Ich würde Götz mal parken, weil es ist eine gute Brücke zu unserem Thema, das wir nachher noch haben, weil da geht es ja auch um das Thema Motorradreisen durch Afrika. Ja, und zu Folge 29. Genau, genau, genau. Da würde ich jetzt erstmal irgendwie, das würde wir parken, wir greifen gleich nochmal auf. Dann eine für mich der schönsten und beseelendsten Folge war die Folge 26 mit der lieben Kathi Kleff. Ja, liebe Kathi, was soll ich sagen? Also zum einen hat sie die schönste Stimme, die je in diesem Podcast erschienen ist. Einmal mit Profis arbeiten. Ungefassbar. Und zum Zweiten ist sie einfach eine wahnsinnig schlaue, charismatische und wunderschöne Seele und sie hat so viele tolle Sachen gesagt. Also die Folge habe ich mir tatsächlich auch noch mehrfach im Nachhinein angehört. Genauso wie ihren Podcast Get Happy, den ich mir auch sehr gerne anhöre und ja, auf jeden Fall ganz viel Liebe an dich, Kathi. Und das war auch eine der Folgen, wo du echt gemerkt hast, wir drei hatten so einen Vibe und es war einfach so ein unfassbar entspannt sich entwickelndes Gespräch, tiefsinnig. Irgendwie führt das eine zum anderen und das war so ein geiles Flow gehabt. Das war so eine der Folgen, wo ich rauskam, so 81 Minuten und du kommst raus so, boah, das hätten wir noch drei Stunden machen können. Also fand ich wirklich cool. Hat echt Spaß gemacht. Ich bin ja auch immer so endorphin geladen, wenn wir den Podcast dann beenden und nach all unseren Gesprächen geht es mir einfach immer gut und das war aber noch mal ganz besonderes Niveau. Also muss man sagen. Ja, ja, ja. Dann kam Folge 27, ein ganz anderer Charakterkorb, der Nils Hohmann, der Werkstattmeister vom Kraftwerk Berlin. Kodarschnauze vor dem Herrn, der Bengel aus Ruhrgebiet. Großartiger Typ, der kann dich auch tot, quatschten. Also der kann uns ja auch tot quatschen. Ich sehe ihn ja öfters mal im Kraftwerk, der wohnt da ja quasi und das ist so ein lustiger Kerl und der ist irgendwie, hat so einen lustigen Humor und das ist auch alles, was bei ihm so Spaß macht, dass er einfach so sich selber nicht ernst nimmt, voll viel auf dem Kasten hat, aber sich dann irgendwie sein Licht dann immer nur in den Schiffelstelle stellt oder so ein bisschen selbstironisch unterwegs ist. fand ich total großartig. Ja, also ich kannte ihn davor ja auch, ich habe ihn an meinem Kraftwerk glaube ich gesehen und fand ich auch einfach eine super witzige und schöne Folge, hat mir echt auch Spaß gemacht. Aber gut, ich glaube, das muss ich jetzt auch nicht überall dazu sagen, ich erwische mich gerade, wie ich bei jedem sage, das ist eine super Folge, weil die waren alle super. Das Schöne ist bei Nils ja immer im Kraftwerk, wir hatten ja neulich dann eine kleine Veranstaltung auch gemacht und sobald in der Küche irgendwas mit Essen übrig ist, Nils so, ist das noch niemand? Hat er, glaube ich, in der Folge auch erzählt, erzählt, dass er so als, mit bären Kindern musste man gucken halt irgendwie, dass man satt wurde am Abendessen. Also wer zuerst das Ding in den Backen hat, hat gewonnen. Das ist immer noch so lustig. Das ist wie Papa, der Essensstaubsauger. Ja, ja, aber der ist ja auch fast zwei Meter und ein dürrer Hering, aber so, isst du das noch? Oh Mann. So, da kommen, Folge 28 kamen dann zwei ganz herzensgute Menschen, der Mario und der Mattei, mit ihrem Free Gulliver Projekt und das muss ich sagen, sie sind ja erfolgreich auch dann, haben ihr Ziel erreicht, erreicht da, zum Everest zu fahren, aber was die unterwegs berichtet haben, wir haben ja immer wieder von deren Reise, haben sie uns so Audio Snippets geschickt aus dem hintersten Kurdistan gefühlt, so nach dem Motto, aber so die Eindrücke, so hier ein Grenzübergang, das haben wir erlebt, hier sind wir nicht weitergekommen, da haben uns Leute geholfen und das war so, das war so, ich fühlte mich so richtig auf die Reise mitgenommen, die sie vorhatten und diese ganzen Erzählungen, die ich auch von dem Rolf lange auch kenne, so ein bisschen, was einem unterwegs passiert, aber ich fand es immer so schön, so die fortschrechte, die einen Podcast-Folge in den weiteren Folgen zu haben und zu gucken, was bei den Lives so passiert, fand ich ganz, ganz großartig und vielen Dank an euch beide, dass ihr so fleißig für uns von unterwegs gesendet habt. Ja, absolut. Also hat mich auch jedes Mal wieder gefreut, dann von den beiden zu hören, weil das war dann auch so ein positives Zeichen, ihnen geht's gut, sie sind noch da und zusätzlich zu den ganzen Bildern auf Instagram, also fand ich auch ein cooles Format, muss ich sagen, oder so eine coole Ergänzung zu dem regulären Podcast-Format, also würde ich tatsächlich auch in Zukunft gerne irgendwie nochmal oder öfter machen oder je nachdem, ich meine, wenn einer von uns beiden mal auf Reisen geht, dann, also ein bisschen länger vielleicht, dann können wir das ja auch machen, finde ich an sich einfach auch eine coole Sache, so ein bisschen Cliffhanger-mäßig, immer mal wieder so ein kleinen Report. Ja, auf jeden Fall. Müssen wir unsere Gäste, die nächsten Gäste rekrutieren, so, du willst doch auch eine Weltreise machen, oder? Genau. Oder? Ey, nein, ich wollte Custom-Bikes bauen, du wolltest eine Weltreise machen. Mit deinem Custom-Bike. Oh Mann. Stichwort Custom-Bike, Folge 29, in Rücken von Loose Crew. Ah, eine wunderschöne Überleitung, als hätten wir es geprobt. Ah, ja, Sollen wir dann gleich anfangen aus dem Merch zwischen, zwischen, Götz und Loose Crew? Götz und Loose Crew, ja, genau. Oder sollen wir da noch ein bisschen warten? Ah, wir lassen uns noch ein bisschen zimmern. Lassen wir noch ein bisschen. Wir gehen kurz die Gäste nur durch und dann haben wir uns. Dann erzähle ich kurz die Geschichte, die mich mit Enrico verbindet, weil inzwischen doch eine etwas leckere Geschichte. Wir haben uns da nämlich im Podcast tatsächlich auch kennengelernt und Enrico ist ja nicht weit weg von mir hier. Der ist in Dachau mit seiner Werkstatt und es kam dann oder es trug sich zu, dass er mich fragte, ob ich bei ihm im Team mitfahren möchte am Rocker Race am Club of New Church und es kam, glaube ich, auch erst so durch diese Podcast-Folge zustande und ja, seitdem war ich auch schon wieder ein paar Mal bei ihm in der Werkstatt und wir hatten da echt auch mega Spaß am Club of New Church, also ich zumindest, ich hoffe er auch, aber wir sind auf jeden Fall echt auf einen soliden, guten vierten Platz gefahren und wir haben beide Rennen gewonnen. Einmal haben wir uns den Platz mit den Motto-Missiles geteilt, den ersten und am ersten Tag haben wir den ersten Platz gemacht im Race, zumindest laut Rundenwertung und ich bin schon ein bisschen stolz. Auf jeden Fall, ihr seht auf jeden Fall gut aus. Was einfach voll Spaß gemacht hat und sehr, sehr lustig war. Also an dieser Stelle auch nochmal danke an dich, Enrico, dass du mich mitgenommen hast und ich freue mich auf die nächste Saison. Ich weiß schon, was kommt. Also ein bisschen. Ein bisschen. Aber das war auch der Anlass für die folgende Folge 36, Club of New Church. Also eine der chaotesten Folgen, aber lustigsten, die wir glaube ich gisschen hatten. Oh Mann. Ich muss immer nur noch den Martin Delft kaufen, der bei euch am Panda rüttelt und so. Und dann völlig, also alle irgendwie einem Tee und er so, wie ihr nehmt jetzt auf? Oh mein Gott. Wildes Gegröle, Eskalation im Hintergrund so. Ist das Podcast-Mikro an? Ja. Also für den Fall, dass hier unser Gelaber jetzt kein Mensch versteht, ihr müsst natürlich die Folgen gehört haben. Das sind die Teaser, das sind die Teaser, für die später einsteigen, dass sie alles nochmal durchhören. Ja, aber es stimmt schon. Ich glaube auf New Church muss ich auch zugeben, ich war nicht so performant, wie ich es mir gewünscht hätte, weil ich kurz vorher so richtig krank geworden bin. Aber nur stimmlich, stimmlich. Der Rest hat performt. Na gut, genau. Den Rest habe ich mit Medikamenten und Bier über Wasser gehalten. Also damals war es, er war nicht Aspidinkomplex, ich glaube, Griposat C habe ich genommen, egal, keine Schleichwerbung für Medikamente und natürlich keine ärztliche Empfehlung hier an dieser Stelle. Ne, aber genau, meine Stimme war schon ziemlich im Eimer und es gab noch so ein paar Outtake-Aufnahmen von Samstagmittag. Da saß ich halt wirklich im Liegestuhl und habe dreimal versucht, anzufangen zu sprechen und ich habe mich angehört wie ein kaputter Anlass. Volk hat das so für wirklich. Das muss ich dir irgendwann mal zeigen, das ist so bescheuert. Aber hey, das ist der Stoff, was dem die Legenden sind. Genau. Aber ich finde die Folge jetzt auch echt lustig geworden und an der Stelle auch nochmal ganz liebe Grüße und große Liebe an Sabine und Sabrina. Ja. Die haben nämlich auch sehr, sehr gut performt an diesem Wochenende. es gibt auch eine Zwillingsfolge quasi im Bearcast und genau, die Kommentare zum Rocker Race von den beiden sind auch legendär und es lohnt sich auf jeden Fall, wie gesagt, wenn man so auf chaotische Laber-Podcasts steht, unbedingt mit reinhören und das Ende unserer Folge kann ich euch ganz besonders ans Herz legen. Wir durften nämlich von Jimmy Cornett ein Lied mit reinschneiden und Feels Like Coming Home, das mir inzwischen echt viel bedeutet, weil es so viele schöne Erinnerungen verknüpft und das kann man einfach immer wieder anhören und ich liebe diesen Song und ich fand es einfach wahnsinnig schön, dass er uns erlaubt hat, diesen Song damit reinzuschneiden. Super. Dann müssen wir uns kurz drückspulen. Wir waren gerade von Folge 29 abgesprungen. Jetzt kommt Folge 30. Das war unsere Einjahresjubiläumsfolge mit niemand geringerem als Howie Hausen vom Bearcast, The Godfather auf Motorrad-Podcasts. Die Legende. The Hero. Ja, das war auch eine sehr lustige Folge, auch eine unserer längsten, über zwei Stunden haben wir da irgendwie gequatscht, was mich bei Howies Labervermögen nicht wundert, das war zu erwarten, aber es war wirklich sehr kurzweilig und wir haben da in der Folge auch sehr ergriffen zurückgeblickt auf so, oh Gott, wir machen den ganzen Quatsch schon ein Jahr lang, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist hier passiert? Und das hören uns Menschen schon ein Jahr lang zu. Ja, 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 Nein, das war auf jeden Fall eine sehr schöne Folge. Ja, außer einfach Liebe bleibt mir dazu nichts zu sagen. Dein. Howie. Du weißt. Große Liebe. Du weißt. Ich know it. Ich know it. Und dann haben wir einen Podcast gemacht, live aus München, vom Meet the Makers. Bad & Boat hatten wir im ersten Jahr die beiden Lieben zu Gast bei uns und die hat uns eingeladen, kommt doch zu uns zu Meet the Makers und versucht doch davon, von da aus mal irgendwie was zu podcasten. Das ist auch wieder ein bisschen eskaliert. Also wir haben nicht nur gepodcastet, wir haben auch irgendwie mitgefilmt und neben dem Podcast gab es auch verschiedenste Porträts der Custom-Bike-Bilder, die wir da hatten bei meinem YouTube-Kanal und sehr viel Nerd-Talk mit Axel Bude von Kaffeemaschine, mit Motorism, mit Regent Motorcycles, fand ich alles ganz großartige einzelne Interviews und das ist auch eine sehr, sehr, sehr kurzweilige Folge geworden. Wie ich finde, war für uns auch ein Experiment so ein bisschen. Kriegen wir es hin, natürlich auch jetzt haben wir gemerkt, so mit Audio und Podcast-Aufnahmegerät vor Ort und das war alles ein bisschen schwierig, aber wir arbeiten an der Technik und wir geloben, immer besser zu werden. Ja, ich habe mir daraufhin, ich habe festgestellt, ich habe das falsche mobile Aufnahmegerät gekauft und habe daraufhin das Equipment gleich nochmal überarbeiten müssen. Also genau, war natürlich mal wieder keine gute Performance, weil es nicht so funktioniert hat, wie ich das wollte, aber inzwischen ist das Setup besser und mein mobiles Aufnahmegerät ist jetzt das Gleiche, wie du hast, hätte ich auch gleich machen können. Hör doch einmal auf mich, bitte. Ja, okay, ich habe es ja gelernt. Ja, nee, das war auf jeden Fall, also wie gesagt, wir sind immer daran interessiert, die beste Qualität abzuliefern. Manchmal geht es, manchmal geht es nicht, nicht, aber aus jedem Hick ab ergibt sich eine neue Erfahrung, die mein nächstes Mal dann irgendwie weiß, zu beschiffen. Ja, doch. Und wir sind ja, wir machen das ja auch nicht hauptberuflich, sondern nur als Hobby und deswegen ist Opfer Lernkurve. Wir haben trotzdem einen sehr professionellen Anspruch, Frau Höfler, ganz hier nicht so nicht über Schäffel und so. Nein, kein Schäffel, aber trotzdem, ja, nee, es gibt so ein paar Folgen, da bin ich auch selber echt nicht zufrieden, das muss ich an der Stelle auch mal ganz deutlich sagen. Ja, geht mir genauso. Aber gut, wir geloben trotzdem und versuchen unser Bestes. Ja, ja, ja. Und dann kam mit Folge 33 dein erster Solo-Trip mit der Royal Enfield Scram 411, die du testen durftest am Pressetag bei denen. Ja, das war ziemlich witzig, weil es war auch meine erste Veranstaltung dieser Art und ich durfte dich ja als Rasensereporterin vertreten hier im Süden und das hat mich auch sehr glücklich gemacht, weil, wie gesagt, so eine Chance bekommt man ja auch nicht alle Tage und es hat mir echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Außerdem ist die Scram jetzt auch ein Motorrad, das ich persönlich nie auf dem Schirm hätte, weil ich komme ja von meiner Tausender und die Achthunderte und so weiter. Also sind jetzt alles größere Motorräder und auch Royal Enfield selber ist ja an sich eine total legendäre Marke, aber hatte ich einfach so als Motorrad, das ich besitzen möchte, nicht auf dem Schirm, hat sich aber seitdem auch grundlegend geändert. Zum einen, weil Kai Petermann wirklich ein cooler, cooler Typ ist, der auch am Meet the Makers schon dabei war und der, finde ich, auch wirklich einen wahnsinnig coolen Job macht bei Royal Enfield, um die Marke präsent zu machen und auch um der Marke wahnsinnig Authentizität zu verleihen. Also finde ich wirklich klasse, was er da macht und der hat mich auch den ganzen Tag zusammen mit den anderen Kollegen natürlich und den anderen Journalisten beziehungsweise den Journalisten und mir betreut und es war wirklich echt ein total cooler Tag und es hat Spaß gemacht, das Motorrad zu testen und so auf Herz und Nieren quasi zu prüfen und darüber zu berichten und genau, ich durfte ja auch bei dir veröffentlichen, das hat mich auch sehr gefreut. Also lauter Premieren-Highlights in diesem Jahr für mich. Und du hast vor allem eins im Voraus, etwas, was ich noch nicht erreicht hatte, einmal mit Juliane Eger gleichzeitig auf einer Premiere zu sein. Weil die war mit dir bei der Scale-Premiere da und auf allen anderen Vorstellungen der Hersteller haben wir uns immer verpasst. Also entweder war sie an einem Tag da, ich an einem anderen oder keine Ahnung, also das hast du auf jeden Fall jetzt mir im Voraus. Und ich muss auch sagen, Juliane ist zauberhaft, in echt noch viel mehr als im Podcast damals und sie war Competitor und auch ein Treppchen vor uns im Club of New Church Rocker Race. Juliane, liebe Grüße an der Stelle, du bist eine Rakete, aber das weißt du. Absoluter Rakete. Voll cool. Sehr gut. Von einer Rakete, von der On-Road-Rakete zur Off-Road-Rakete. Folge 34, Sabine, das Reethörnchen, durfte die Tiger 1200 Probe fahren. Die habe ich dann auch als zweite Rasende-Rapporterin für mich ins Rennen geschickt und sie war sehr begeistert und an der Stelle, ich hätte mir keine bessere Testerin als Sabine vorstellen können für das große Off-Road-Gerät von Triumph, weil die ist ja dieses Jahr komplett eskaliert, was Off-Road-Trainings, Off-Road-Fahren angeht. Man munkelt, sie plant das Trophy-Qualifier in der Zukunft. Bei nächster Möglichkeit, würde ich sagen. Habe ich so gehört. Auf jeden Fall kenne ich niemanden, der so besessen, klingt so dramatisch, aber mit so einer Ernsthaftigkeit das Thema Ich-möchte-jetzt-Off-Road-Fahren-lernen verfolgt hat und insofern war sie die beste Vertretung für mich da irgendwie die große Dreizünder-Großkatze von Triumph zu testen. Ich war schon ein bisschen neidisch, muss ich gestehen, aber es ging halt irgendwie terminisch für mich nicht aus und aber umso umso lustiger war das Gespräch mit ihr, wie sie on-and-off-Road mit der großen Tiger durch die Gegend turnen durfte. Absolut. Und vor allem, wie gesagt, Chapeau an das, was sie sich erarbeitet hat im vergangenen Jahr. Also man hat das ja auch im Bergkast immer live mitbekommen und ich habe mir dann auch so zwischenzeitlich gedacht, boah, ich bin schon auch ein bisschen neidisch, dass ich nicht fahren durfte bei der Tiger. Man war von mir aus auch einfach arschweit weg. Aber ja, sie war definitiv die bessere Wahl von uns beiden. Kommt noch. Nein, wirklich, großartig und hat mich auch voll gefreut und sie hat es auch mit so einem Enthusiasmus dann erzählt. Also das hat wirklich auch Spaß gemacht, mitzuhören und dabei zu sein. Genau, dann kommt Folge 35. Das war dann meine erste Solo-Aufnahme. Die Folge, in der ich so ein bisschen zurückhalten musste, den Fanboy in mir zurückhalten musste. Wir haben aufgenommen, Anfang Juni und Ende Mai war ich zum ersten Mal in London auf dem Bike Shade, auf der Bike Shade-Show. Bike Shade verfolge ich schon sehr, sehr lange in London. Also nicht nur das, was sie mit ihrem Café machen, aber auch das ganze Thema Custom Bike, Tusken Classifieds, Kuratieren von Themen. Ich war vor, ich glaube, sieben Jahren auf dem Bike Shade Paris mit Max Funk damals, aber auf der Hauptschule London war ich noch nie, dieses Jahr das erste Mal und im Nachgang zur Show habe ich dann einfach irgendwie den einer der Gründer, den Dutch, angeschrieben und so, hey du, dude, we have a podcast, you wanna come on? und er so, ja klar, okay, alles klar und das war eine sehr, sehr kurzweilige, also für mich, ich war da total aufgeregt, habe es versucht irgendwie zurückzuhalten, Gespräche über die ganze Custom Bike-Kultur und die Bike Shade machen sie auch schon über zehn Jahre, ich glaube zwölf Jahre sind sie unterwegs, also so, bis hin, die Zielväter der europäischen Custom Bike-Kultur haben uns mittlerweile auch ein Café in Los Angeles aufgemacht, also wirklich eine weltweite Marke etabliert, entstanden von ein paar Leuten, die Bock auf halt Muppets hatten und irgendwie an Schrauben und irgendwie so ein bisschen fahren und Zeug zu machen und das finde ich schon eine ganz geile Geschichte und ich habe mich echt gefreut, dass das sich Zeit genommen hat in unserem kleinen Nischen-Podcast da zu sein, war auch die erste Folge, die wir auf Englisch gemacht haben, es gab auch ein paar komische, ein paar Kommentare auf YouTube, so, das ist die erste Folge von euch, die ich jetzt nicht höre, weil es Englisch war, aber ja gut, es wird nicht die letzte bleiben, wir haben schon ein, zwei Gäste in der Pipeline, mit denen wir auf Englisch reden werden, aber der Spirit, der dahinter steht, der Zündfunke ist bei allen gleich, egal ob sie Englisch, Spanisch, Kiswahili oder Französisch sprechen, insofern fand ich das auch eine sehr, sehr tolle Folge an der Stelle. Ja, es war auch voll schön zu hören, vor allem wusste ich ja von deiner Fanboy, von deinem Fanboy-Tum Dutch Summer dann gegenüber. Wer die Frage, sollen wir englische Folgen übersetzen? Puh, aber dann ist er nicht mehr authentisch, weißt du, wenn du dann so ein Voice-Over drüber hast, ein Voice-Over auf ein Voice-Over? nicht mit Voice-Over, aber dass wir vielleicht zwei Audiospuren hochladen, eine dann nochmal mit deutschen Kommentaren und Übersetzungen oder so. Alter. Helft, für unsere Hörer ist mir keine Arbeit zu viel. Ihr könnt uns einfach mal schreiben. Okay, machst du das dann? Ja, klar. Ich werde dir gleich nachher erzählen, ich habe ja nämlich sonst nichts zu tun. Ja, ja, das können wir uns mal überlegen, aber mich würde tatsächlich interessieren, gibt es da Interesse dran? Weil für niemanden mache ich das natürlich nicht, aber wenn jemand sagt, es ist eine Folge auf Englisch oder so, dann könnte man sich das tatsächlich mal überlegen. Also würde mich interessieren, schreibt uns doch mal. Auf eine Frage, antwortet uns gerne. insgeheim will ich einfach nur Post bekommen. Posterschleihungsversuch, sehr schön. Fishings vor E-Mails und DMs. Okay, gut, nächste Folge. Nächste Folge. Nee, 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 das war erst Reload Festival, das kam noch vor. Das war übrigens meine Gelegenheit, eine Royal Enfield zu fahren und ich kam aufs Reload Festival getockert mit einer Royal Enfield Himalayan, die ich zwei Tage vorher in Frankfurt abgeholt habe und mit der Sandra von die Miss Spike elektrikt nach Berlin gefahren habe mit ihrer Honda Dominator, die jetzt meine Honda Dominator ist. Das war unser kleiner Roadtrip, wo wir dann wirklich auf dem Freitagnachmittag bei irgendwie knapp 40 Grad noch die letzten 100 Kilometer Autobahn geballert sind, um rechtzeitig zum Reload Festival im Kraftwerk zu sein und dann komplett auf Elektromotorräder umzusteigen und dann wirklich zwei Tage Volldröhnung Elektro zu haben mit den verschiedensten Herstellern, die da waren von den kleinsten Pedelecs von Urban Drivestyle oder Super 73 bis hin zu einer Verge TS mit 1000 Newtonmeter Drehmoment und Radnabenmotor. Das war ein Monster. Sandra ist sie gefahren, ich habe sie nicht gefahren, aber ich bin eine Zero gefahren und das hat mir schon gereicht. Das hat dir so dermaßen das Gehirn an die Hirnrückwand gedrückt beim Beschleunigen. Unfassbar. Also das war echt so, alle sagen so, Sound beim Motorrad, die brauchst du nicht, du kannst so eine Terrorbeschleunigung haben mit so Elektrobikes. Das ist so arschgeil. Und das ist doch, das was ich dann irgendwie dann in der Folge mit Jürgen Theiner, der letzten Folge so ein bisschen reflektiert habe, dass das so Bock macht, dass das so ein anderes Fahren ist, aber es ist, macht voll Spaß, es hat eine Dynamik, die man nicht erlebt hat. Also da bin ich, also ich war vorher schon sehr unskeptisch, was Elektromobilität angeht, aber nach dem Wochenende habe ich gedacht so, geil, ich habe Bock drauf auf mehr. Und das ist, glaube ich, das ist das, was das Reload auch in den nächsten Jahren hoffentlich kultivieren kann, auch kleineren Herstellern eine Bühne zu geben und das Thema ein bisschen breiter zu verbreiten und ein bisschen mehr Popularität zu geben. Das wäre auf jeden Fall zu wünschen. Es war auf jeden Fall ein sehr tolles Wochenende mit sehr tollen Interviews mit großen, kleinen Herstellern zum Thema Elektromobilität. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Weißt du, ob das Reload 2023 wieder stattfindet? Ist in Planung, ja. Okay, super. Und vielleicht nicht nur in Berlin, man plant auch andere Standorte. Mal gucken. Also es ist alles noch in the making. Max Funk hat auch gemerkt, so okay, man hat sich ein bisschen übernommen, ich mache es mal so schnell am Wochenende, aber sie planen da schon ein bisschen größer und ein bisschen mehr Leuten. Das wird auf jeden Fall was werden im nächsten Jahr. Wir werden berichten. Ja, auf jeden Fall. Und dann bin ich vielleicht und hoffentlich auch mit vor Ort. Ja, ich bitte drum. Ja. Madame. Ich auch, ich auch. Ich will, hallo, hallo. Und vor allem auch eines der To-dos für das nächste Jahr, Sandra endlich live kennenlernen. Wir haben jetzt schon relativ viel Kontakt oder ab und zu mal Kontakt gehabt über Nachrichten und Voicemails und so weiter. Kann ich bitte dabei sein? Ich setze mich nur neben mir und trinke mein Bier und das wird sowieso eskalieren. Und ich freue mich jetzt daneben vor mir den Arsch ab, wie ihr beide da abgehen wird. Ja, also liebe Sandra, falls du zuhörst, große Liebe, wie immer. Wir zwei sehen uns 2023. Ja, sehr gut. Von zwei Frauen, die sich sehen werden, zu drei Männern, die sich gesehen haben und eine Woche lang drei A9Ts von München zum Gardasee und zurückgefahren haben. Ja. Das war Folge 38. Boys of Summer. Der Mikro, der Stefan und Icke fuhren dann eben an den Gardasee und zurück und das war dann auch eine der längeren Folgen. Das war auch eine der schwierigsten zu schneiden, wenn du wirklich eine Woche lang das Mikro irgendwie zu allen Gelegenheiten irgendwelchen Menschen in die Nase hältst und das dann in sinnvollen Zusammenhang zu bringen. Das war schon eine Challenge. Aber ich hoffe, es kam einigermaßen drüber, was wir da so unterwegs erlebt haben und wir hatten ja ein paar Gäste dabei, unter anderem den Jürgen Theiner, der in der letzten Folge auch dabei war, aber auch unseren lieben Siggi, der uns auch zwei Tage begleitet hatte und ich muss sagen, Gardasee, super geiles Revier, der Weg dahin und zurück, vor allem der Weg zurück, den fand ich noch beeindruckender, weil wir uns da eine lustige Schleife ausgedacht haben über den Croce Domini unter anderem oder auch die Passo di Faele, Torre di Faele, vor dem Siggi auch kurz, das waren so Pässe, die kannte ich noch nicht und da hat es mich echt vor den Socken gehauen. Wie arschgeil das ist. Es muss nicht immer der 2800 Meter Pass sein, wie Siggi auch, den haben wir auch mitgenommen, aber so diese ganz kleinen Sträßchen und diese alten Militärstraßen im Hinterland vom Gardasee, irre, also richtig, richtig toll. An dieser Stelle auch, ich hätte es nicht erlebt, wäre nicht der Tipp gewesen von der lieben Pamela Beckmann, die mir so ein paar, bei der Routenplanung ein paar Tipps geben konnte, ich fahre da rum, fahre da rum, nee, bieg da da ab, fahre da lang. Liebe Sandra, große Liebe dafür, das war ganz, ganz großartig. Ja, Entschuldigung, was habe ich gesagt? Das hat Sandra gesagt. Sandra. Nein, ah, scheiße, du bringst die schönen Frauen in deinem Kopf durcheinander. Ich habe zu viele Motorradfahren in meinem Leben. Luxusproblem, ich weiß. Ich wollte gerade sagen, das ist das harte Luxusproblem, da wissen wir bestimmt auch ganz viel Postkommen. Naja, alles gut. Nein, nein, Frau Beckmann, vielen Dank dafür, das war wirklich eine ganz große Erfahrung und da komme ich auf jeden Fall wieder hin. Und das war auch die letzte Folge vor der Sommerpause, die wir uns dann genommen haben und wir kamen dann mit einem Double Feature zurück Anfang September, nämlich, warte, Tommelwirbel? Warte, Was hast du? Was hast du? Ja, unser unfassbar legendär, geiles, schmutziges, nasses, sonniges, wundervolles Wochenende beim Endurection Team. Das war so großartig. Da kommen wir nachher nochmal zu, weil das war definitiv alles meine Highlights, auch deines wahrscheinlich auch. Das parken erstmal, aber das waren zwei Tage Anfängertraining. Ja, wir sind jetzt offiziell keine Anfänger mehr. Ja, beim Anfängerverbot von Amelie bekommen. Nein, das war auf jeden Fall ganz toll. Also die Erfahrung selber, die beiden Tage, aber auch das ganze Umfeld von irgendwie, ich mach mal kurz, irgendwie die Vertretung für Biggie in der Unterkunft bis hin zu Howie und Johnny waren auch mit dabei und abends dann Podcast noch aus Howies Bettchen. Nein, das waren wirklich zwei tolle Folgen. Zum einen in der Folge 40 eben Amelie mit ihrem Werdegang von ich will unbedingt Instruktorin werden und ich will euch beide irgendwie unterrichten. Ganz, ganz großartig. Vielen Dank der Amelie, große Liebe. Das war wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Wochenende. Aber auch dann Robert mit seiner Geschichte zehn Jahre Enduro-Action-Team von Gründung bis zu dem, was es jetzt ist und wo es noch hingehen soll. das war auch eine ganz spannende Geschichte und auch an der Stelle war das wieder das Thema, das war das eine der Folgen, wo ich für mich sage, da müssen wir unbedingt abliefern, die muss geil werden und dann hatten wir auch die Technikprobleme wieder mit der Aufnahme. Irgendein Handy war an, hat Störgeräusche gemacht und irgendwie, boah, da war ich mir nach so genervt danach, so fuck, das muss doch nicht mehr gehen. Du musst mir echt die Checkliste machen, so okay, sind alle Handys aus, sind beide Mikros an, haben wir vorhin Tontrack gemacht, dies, das, also das ist so. Ja, also da muss ich auch sagen, das hat mich total geärgert, die erste halbe Stunde mit Robert und ich habe wirklich, das war eine der Folgen, an denen ich am längsten in der Post-Production gesessen habe, weil ich alles, wirklich alles versucht habe, was mir irgendwie eingefallen ist und möglich war und weiß ich nicht und es hat einfach nicht funktioniert, diese Störgeräusche rauszufiltern. Deswegen tut es mir an der Stelle einfach auch nochmal sehr, sehr, sehr leid, weil es war wirklich so eine Herzensfolge und genau dann passiert wieder irgendwas. Ähm, Gott sei Dank hat sich das dann auch nach einer halben Stunde verabschiedet und ist nicht wiedergekommen und ich bin auch echt ganz, ganz glücklich mit diesem Double Feature und ein bisschen stolz, dass wir das auch trotzdem so gut hinbekommen haben, weil, ja, war dann trotzdem auch unterwegs und alles und, ja, ich bin, ich habe schon wieder so ein bisschen Herzschmerz, wenn ich an dieses Wochenende denke, weil es einfach so, so schöne Gefühle auslöst, dass ich gar nicht, ich kann es gar nicht in Worte fassen, was sich in mir gerade abspielt, wirklich. auf so, so vielen Ebenen und das ist, ja, unter anderem eben dir, liebe Amelie, zu verdanken, also nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön und dem Rob natürlich und, ja, dir, Alex und Johnny und Howie und allen lieben Leuten, die noch dabei waren und es war einfach, ich kann es, ich kann nur sagen, beide eins, genau und wir blieben unserem Kontext im Dreck rumfahren treu mit unserer nächsten Gästin, Folge 41, die liebe Kate, Kate on a bike, war bei uns zu Gast und ich liebe die Parallelen, die wir in den ganzen Podcast-Folgen haben, erste Podcast-Folge, Pamela Beckmann, Kate, Folge 41, die beiden fahren jetzt, irgendwie sind es quasi Rally Buddies und fahren irgendwie jetzt bei jeder Gelegenheit irgendwo, es war noch neulich, irgendwie in Portugal unterwegs, jetzt ist Pamela gerade irgendwie auf irgendwelchen Dünen am Rumballern, ich weiß gar nicht, wo die, die sind in Mexiko, glaube ich, gerade die zwei. Ich glaube, ja, irgendwie sowas sind zusammen hingeflogen und Nomadas mit dem Rally-Team, was Kate doch erzählt hat. Ja, stimmt, genau, 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 Da sind wir, glaube ich, gerade in Mexiko unterwegs. Ja, das ist großartig. Also die Parallelen im echten Leben zeichnen wir im Podcast nach, ein riesengroßes Spinnnetze-Beziehungen durch die Klobhard-Welt und das war auch eine sehr schöne, sehr schöne Folge, auch hier mit ihr über das Thema Offroad fahren, Rallys zu reden, wie sie dazu gekommen ist und da war auch ganz viel Energie drin und ganz viel irgendwie, ich hab da total Bock drauf. Ja, es hat mir Spaß gemacht, also. Ja. Ja, vor allem muss ich auch echt sagen, ich find's total schön, wie viele coole Motorradfahrende Frauen sich hier versammeln. Oh, große Liebe, große Liebe. Alex, von deinem Luxusproblem, du kennst zu viele davon, profitiert unser Podcast. Nein, spannend, aber ich find's wirklich schön und vor allem, das ist spannend halt dann auch wieder Connections und Netzwerke oder man erfährt halt Dinge oder denkt sich, ach cool, dann kann ich da mal irgendwie hin und der mal schreiben oder dies oder jenes und ich find's halt wirklich super cool, weil, ja, ich kannte auch eine Zeit lang ungefähr keine einzige Frau, die Motorrad fuhr oder fährt und inzwischen hat sich das echt gut ausnivelliert und da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar drum. Ja, ich find's auch total großartig, dass, also ich, ich kann das auch, also wenn unser Podcast nur einen kleinen Beitrag dazu leistet, mehr Frauen Motorrad fahren, dann gehe ich abends zufrieden und glücklich ins Bett. Weil das ist mir auch eine Herzensangelegenheit, dass irgendwie nicht nur irgendwie alte Männer mit Bierbauch Motorrad fahren, sondern irgendwie alle, alle junge Leute mit ohne Bierbauch, mit ohne Bierbauch, genau und Frauen, alles, also das für mehr Diversität auf dem Motorrad. jetzt. Und gerade das Thema schlägt, glaube ich, auch die Brücke zur nächsten Folge, Nummer 42, weil es ist auch eine der großartigsten, wundervollsten Motorradfrauen, die mir je über den Weg laufen, gefahren sind. Ja, die Frau im roten Kleid. Die Frau im roten Kleid. Die liebe Lea. Ja. Oh Gott. Auch so eine Herzensfolge und ich muss auch da vielleicht nochmal kurz dazu sagen, ich habe schon mehrfach das Feedback bekommen, dass teilweise die Folgen mit den Mädels bei uns oder mit den Frauen nicht so, also nicht nur was sind für Leute, die auch selber Motorrad fahren, sondern dass einfach noch so so ein bisschen mehr noch drinsteckt, dass man sich das auch wahnsinnig gut anhören kann, wenn man jetzt nicht unbedingt so ein fanatischer Motorradfahrer ist oder gar nicht unbedingt Motorrad fährt. Also ich weiß nicht, wie es bei dir so im bekannten Kreis ist, aber bei mir habe ich schon den einen oder anderen, der eigentlich reinhört, obwohl er jetzt gar nicht so Motorrad fährt oder nicht so viel irgendwie mit der Technik zu tun hat und so. Und das finde ich halt auch immer das Schöne, weil da relativ schnell auch so schöne und tiefgründige Gespräche entstehen. Zwar, also ich möchte die Männer jetzt nicht ausschließen um Gottes Willen, aber Du wirst betont, dass Frauen tiefgründige sind. Ja. Und du schreibst mich komplett und no front, also finde ich auch, also Männer haben ja eher die Zähne so ein bisschen abzunörden beim einen oder anderen Thema so ein bisschen. Du kannst auch abnörden, also davon, du bist da irgendwie. Ich bin kein, ich bin kein Produkt. Du bist kein Durchschnitt. Nein, aber das finde ich halt die Mischung. Also deshalb, was ich vorhin auch bei der Folge mit Kate Cleff meinte, dass das halt irgendwie so ein tiefsinnigen Spin gekriegt hat auf einmal. Und das fand ich großartig, weil es auch eine Dimension ist, die mit dem Storchfahren irgendwie verbunden ist, aber die halt eher von empathischen Frauen kommt und dem stumpfstehen Männer so, hier schneller fahren, geiler hier, hier drück spielen, vielleicht nicht so ganz bedient wird. Wobei ich jetzt auch gerne diese Klischees gar nicht so im Raum stehen lassen möchte, weil ich bin tendenziell auch eher ein Logiker als ein Empathiker, aber nee, aber einfach, also es sind speziell jetzt Kathi, die auf eine ganz andere Art und Weise drüber reflektiert, was Motorradfahren für sie bedeutet oder was es halt auch für Körper und Geist bedeuten kann oder was für tiefere Mechanismen da nochmal dahinter stecken. und da habe ich schon öfter mal so den Eindruck gehabt, dass die eine oder andere Frau da auch auf mehreren Ebenen reflektierter unterwegs ist, was bedeutet Motorradfahren noch außer ich bin frei, ich kann den Kopf ausmachen und am Gashard ziehen. Ja, das glaube ich, unterschreibe ich glaube ich sofort. Beziehungsweise haben es öfter Frauen bei uns im Podcast formuliert. So und ich hoffe, jetzt bin ich hier maximal wenig Leuten auf die Füße gestiegen. Nein, alles gut, alles gut, alles gut. Was ich bei Leas Folge und da war ich auch da war ich auch aufgeregt, war so, oh Gott, das ist Lea Rieck. Es ist Lea Rieck, die bei uns im Gast ist. Voll. Ich war aufgeregt, den kleines Kind. Ja, also bei der Folge mit Rolf, Rolf Schlange war ich ja entspannt, weil ich kannte ihn ja privat schon vorher relativ lange. Rolf Schlange, lange, hoho, Walspiel. Aber bei Lea eben nicht und dann im Nachhinein dann mitzukriegen, dass Rolf quasi die Inspiration war für Lea, aufs Bike zu stehen und dann so, Lea so, ich kann der ja keinen, dass er sowas schon mal gemacht hat, Rolf, der arbeitete um die Ecke und der wohnt in München und ich hau den mal einfach an und dass er so quasi auch der Impuls war für sie, der auf, Thema, das eine betitelt, das andere, Netzwerk der Beziehungen. Also das war für mich auch so ein ganz, ganz großer Moment und Rolf hat mir danach auch noch ein paar WhatsApps geschrieben dazu und das war auch so ganz herzlich, wie er sich darüber gefreut hat, dass Lea bei uns zu Gast war und auch du merkst, wie wichtig denen auch ihre Beziehung ist und dass er auch sich das schon bewusst ist, was er da angerichtet hat bei Lea und was es bei ihr geführt hat. Der Dreh- und Angelpunkt, der liebe Rolf. Ja, ja, ja. Rolf ist Gottvater, der Pate. Ganz ehrlich, das war ja am Abend, bevor ihr zur Soulfuel-Tour aufgebrochen seid, haben wir uns ja beim Griechen getroffen und da kam ganz spontan Rolf noch dazu und da war ich wiederum aufgeregt, wie ein kleines Kind, weil ich mich so, so krass gefreut habe, ihn kennenzulernen und es war ja im Podcast auch schon so ein, es war auch einfach so ein Herzensgespräch und da ist schon so viel passiert in diesem Podcast-Gespräch und dann dachte ich mir, oh Gott, jetzt kommt gleich der Rolf, oh mein Gott, ich muss aufgeregt. Gut, dass ich schon irgendwie ein bisschen Wein und Uso getrunken hatte, das hat mich beruhigt. Ja, ja, ja. Aber genau so ist es dann weitergegangen, also das war wirklich, ja, also Rolf, für dich auch ganz, ganz viel Liebe. Ich hoffe, ich weiß, du hörst zu. Und weißt du, was mir halt immer so viel Spaß macht, also das war, in dem Abend, was du gerade beschrieben hast, das war so ein Moment, aber auch so bei uns im Podcast, so Menschen zusammenbringen, wo du weißt, die ticken voll miteinander. Voll. Das finde ich so lustig. Ich freue mich da echt so, wie ein kleines Kind, das wird jetzt gut. Also genauso, wenn Sandra und du, das ist genau so, der Sandra und Carina im Moment, da freue ich mich jetzt schon drauf, ist so, das wird total super, das wird voll lustig. Es gibt jemanden, der sagt immer, einfach mal anzünden und schauen, was passiert. Ja, genau so, es hätte für mich kommen können. Ja, und da kommen meistens die besten Dinge dabei raus. Ja, ja. Aber ich würde einfach mal anzünden und gucken, was passiert. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung zur Folge, 43, Philipp Ludwig, Kraftstoffmedie. Was für ein cooler Dude ist das denn bitte? Oh Gott, ich liebe den Phil. Der ist so cool. Ich war da nicht dabei, du warst bei ihm in der Garage und ich konnte nicht dabei sein. Ich war extrem stylisch, ich hätte alles gerne angegrabbelt und abgeleckt und überhaupt, ihn auch, glaube ich. Egal. Nein, aber was für eine coole Rennsau, bitte. Ich lege da mich nie wieder ein. Philipp ist einer der coolsten. Genau, du kannst gerne kommen, Carina, aber lass den Hause zu Hause. Ich will nicht angeleckt werden. Das war wirklich cool, das hätte dir brutal gut gefallen und ich muss demnächst mal wieder hin, weil ich habe bei weitem, also er hat mir so eine kleine Führung durch seine Halle da gegeben und dann saßen wir auf der Couch und haben uns unterhalten und das war aber bei weitem, ich konnte gar nicht alles erfassen, was da rumsteht und ich habe auch ehrlich gesagt viel zu wenig Basiswissen von dem, was da rumsteht. Das ist echt krass. Also ja, Phil ist auch unfassbar cool. Wahnsinn. Das hat mir auch echt viel Spaß gemacht und war auch eine der Auswärtsfolgen, die technisch ganz gut funktioniert haben. Da war ich echt auch krass nervös, wo ich mir dachte, oh Gott, ich hoffe, die Technik fliegt und keine Ahnung, aber hat gut funktioniert und lieber Phil, ich werde dich wieder heimsuchen. It's not a threat, it's a promise. Folge 44, Wiedersehen mit alten, mittlerweile, ich kann sagen, mit guten Freunden. Ja, für meine guten Freunde. Stichwort Uso. Das GS Trophy Team war bei uns zu Gast zum zweiten Mal, fast ein Jahr später nach der ersten Aufnahme, wo sie noch ganz frisch nach dem Qualifier oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir waren nach Albanien und dann ein Jahr später oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir waren in Albanien. Wir sind in Albanien Motorrad gefahren und ja, sogar super gut, also zweiter Platz für die Mädels, dritter Platz für die Jungs, die bei uns zu Gast waren. Großartig. Lag natürlich nur an so einem Podcast auftrissen. Hör mal, die können auch fahren, aber es lag an uns. Zumindest der emotionale Support war immer gegeben auf allen Kanälen, also das wurde auch mehrfach schon lobend erwähnt. Also auf jeden Fall, Tim Inriche Patrick, ihr seid echt geile Typen. Ihr seid die coolsten. Wir sind so froh, dass wir euch im Podcast hatten. Auch die Aftershop-Party mit der Mädels-Party ist sehr lustig. Am gleichen Abend haben die Mädels ja beim Backcast aufgenommen und danach traf man sich zufälligerweise in diesem Internet. Ja. Irgendwo, genau. Hinter der nächsten Ecke lungerten dann. Nee, das war echt sehr, sehr witzig und hat echt Spaß gemacht und vor allem ja, einfach cool, dass die Möglichkeit da war, das Ganze einfach nochmal zu rekapitulieren und zu erfahren, was ist denn im vergangenen Jahr alles passiert. Weil gerade auch die Geostrophy ist so ein Event, das in den Köpfen vieler Leute steckt, unter anderem, wie du gerade vorhin angesprochen hast, in Sabines Kopf inzwischen. Und ich habe auch so den Eindruck, die Trophy gibt es ja schon seit einigen Jahren, aber dieses Jahr war alles so extrem präsent. Also da war super viel auf Social Media und ich hatte einfach so den Eindruck, das war nochmal auf einem Next Level Jahr an Präsenz und Kommunikation im Vergleich zu den Jahren davor. Ja, ja. Ich habe mir selber die Frage gestellt, ist es jetzt nur, weil ich jetzt mehr hingucke, weil ich die Jungs kenne, also die beiden Teams kenne oder ist es so, weil eben mehr passiert ist auf Social Media und anderen Kanälen? Also ich glaube, eine Mischung aus beidem. Ich habe da auch darüber nachgedacht für mich und ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Ja. Ich habe das schon aufmerksamer verfolgt, dadurch, dass wir uns kannten und kennengelernt haben aber ich fand auch allgemein so die Präsenz war stärker. Ja, ja. Also ich habe ein bisschen überlegt, das fand ich echt total toll, war gut gemacht und es kommt doch, glaube ich, kommt nicht wieder von Amazon so eine Doku daraus, wie beim letzten Mal? Das weiß ich nicht. Auf Amazon Video? Ich gucke mal. Ich habe mein Prime Abo letztens gekündigt, weil ich mir dachte, hier piep, ich bezahle jetzt keine 90 Euro mehr im Jahr für eine Prime-Mitgliedschaft, ich habe irgendwann mal mit 50 Euro gestartet und nachdem die auf 90 Euro erhöht haben, dachte ich mir ein unverschämtes Volksfest hier. Ich höre jetzt auf mit dem Scheiß. Man soll eh nicht so viel im Internet kaufen. Immer schon in die Geschäfte gehen. Das ist ganz wichtig. Ein Appell, Verbrauchertipps. Ja, genau. Verbrauchertipps. Die uns auch Jürgen Theiner in der letzten Folge gegeben hat. Oh, schöne Überleitung. Folge der Überleitung. Verbrauchertipps im Sinne von Elektroverbrauch, denn Jürgen hat seine Super Duke gegen eine Zero-SRF eingetauscht und hat uns davon in der letzten Folge Nummer 45 berichtet und das muss ich sagen, fand ich auch ein großartiges Gespräch. Zum einen, weil Jürgen eine unfassbar tolle Stimme hat. Oh mein Gott. Schön, dass du unsere Frau sagst, ich finde es auch ganz sexy. Total. Wirklich kann man es super gut anhören und auch das, was er sagt, ist schön. Ja. Ich habe es danach auch gesagt, also seine ruhige und besondere Art ist so geerdeter Typ und der hat so viel Ahnung und so schöne Geschichten zu erzählen und allein die Texte in seinem Blog und seinem Buch, das ist einfach Zucker. Absolut. Die zu lesen, ich so, kann ich bitte das davon abhaben, was du da hast? Das ist einfach unfassbarer Wortakrobat. Finde ich sehr schön. Ja. Also ich muss dir ja beichten als deine Podcast-Partnerin, ich bin nicht so der großartige Leser und deswegen lese ich auch nicht so viel und nicht so gerne manchmal, was natürlich manchmal auch auf deinen Blog zutrifft. Das ist schon okay. Ich habe immer noch nicht alles durchgelesen, was du da geschrieben hast. Aber tatsächlich, bei Jürgen ist es auch so, da fällt mir das Lesen wesentlich einfacher als stupide Fachzeiten. Als bei mir. Sag es doch. Sag es doch. Sag es doch, komm. Nein, ich lasse es jetzt einfacher jetzt mal ohne Vergleich dastehen, weil er einfach so schön prosaisch den Anstieg und die Abfahrt von diversen Alpenpässen beschreibt. Gerade wenn man da selber schon mal war, das ist wirklich toll. Ja, ja. Ich habe es ja in der Folge auch gesagt, wie oft hältst du an und guckst in die Gegend und notierst dir Sachen. Ich fahre einfach rauf und runter und versuche mir Sachen zu merken. Du beschreibst ja jeden Kieselstein und jede Kehre und jedes Schild. Alex ist immer hart am Gas, schön die Ideallinie finden, Scheitelpunkt ansitzen, voll am Gas reißen. It's all about performance. Optimale Bremspunkt, Gang rein, bing, ah, hochschalten. War was? Genau, deswegen fährt Jürgen wahrscheinlich auch die SRF, weil da hat er den ganzen Kack nicht. Genau. Weil er hat ja noch seine Ducati, 748. Aber, genau. Ja, das war so unser Podcast ja im Schnelldurchlauf. Ein Quick Run durch vier Dingskirchen. Nach 50 Minuten. Genau. Ist aber auch so viel passiert, verdammte Hacke. Irre. Was ist denn bei dir sonst noch so passiert? Oh Gott, ey. Wie viel Zeit hast du? Ausreichend. Aber ich muss mir den Schwein ja nicht nochmal anhören. Nein, also ich, oh Gott, mein Motorradjahr 2023, 22, also, oh Gott. Also, Highlight 1 war auf jeden Fall die Tourengadersee, die wir vorhin kurz thematisiert hatten, für mich als Tourplanungsnerd. Das war so immer so mein, 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 mein Fernziel und, ähm, das, also, der Gedanke, es stand ja, weil ich seit 10 Jahren, seit, also, ah, es gibt meinen Motorradblock seit 10 Jahren. Das war ein Jahrestag. Juhu. Kettbewerfer hat den Geburtstag. Yeah. Äh, ich schreibe noch einen Blogartikel dazu, den du nicht lesen wirst. Ähm, äh, seit 10 Jahren fahre ich auch mit, mit, mit Thomas zusammen Touren und Thomas fährt immer an Gadersee und es war so mein Ding, so, hey, zum 10-Jährigen fahr mal an Gadersee zusammen. Und dann hat es aus temmlichen Gründen leider nicht geklappt, dass Thomas mitkommen konnte. also, also, ich wäre es ein Herz, dass wir dann irgendwie mit anderen Crew losgefahren, aber dass dann Thomas dann die letzten beiden Tage mitfahren konnte, war für mich die Krönung. Das war so echt das Beste überhaupt. Das ist so ein bisschen halt, das ist halt mein Roadbody. Das ist so irgendwie, das irgendwie, wir funktionieren einfach miteinander und das ist einfach geil äh, und, äh, äh, ich will es nicht, kein Abgesang auf meine andere Mitfahrer, äh, geben, aber das ist halt schon ein bisschen eine andere Ebene und gut, wir kennen uns ja auch schon seit über 30 Jahren, insofern, da muss man, äh, aber lange Rede kurz sind große Meterliebe äh, und das war jetzt auf jeden Fall Highlight Nummer 1. Das war eine ganz großartige Tour mit sehr, sehr schönen Strecken, tollen Motorrädern, tollen Bildern, der Film ist noch nicht ganz fertig dazu, der kommt noch, da ist Stefan noch am Schnipsel, dran, ähm, der wird aber hoffentlich auch sehr, sehr großartig, ähm, und dann kam es echt Schlag auf Schlag, dann, ähm, die Tour mit Sandra durch Deutschland von Frankfurt nach Berlin mit der Überführung ihrer Royal Enfield, die ist meiner Royal Enfield, äh, ihrer, Dornadominator, Entschuldigung, so rum, äh, die jetzt meine geworden ist, ganz großartig, die Domi ist, das ist mein neuestes Pferd im Stall, große Liebe, ich liebe, seit acht Jahren schleiche ich um dieses Motorrad rum, jetzt habe ich endlich eine und es gibt nichts, was ich irgendwie, es gibt dauernd irgendwas, was ich dann noch umbauen möchte und ich habe schon viel gemacht dran, es ist auch das erste Motorrad, das ich komplett selbst warten werde und möchte, ähm, früher habe ich meine ganzen Mopeds immer zum Händler geschickt, jetzt schraube ich selber, ähm, und, ähm, mit tatkräftiger Unterstützung und Kraftwerk, äh, liebe Grüße an Micha, du hast eine große Hilfe, ohne dich hätte ich das Ganze nicht geschafft, ähm, aber ich traue mich so ein bisschen mehr dazu und, ähm, das ist ein ganz großartiges, tolles Motorrad, mit dem ich nur ganz viel erleben möchte, insofern zum Thema, was jetzt im Fuhrpark passiert war, das ist für mich auf jeden Fall auch eines der, der Highlights dieses Jahr und natürlich dann danach unser Enduro-Wochenende beim Enduro-Action-Team Bombe. Alter, wie arschgeil war das denn bitte? Ich bin es immer noch, immer wenn ich darüber nachdenke, ich habe bei einem Artikel, ein paar darüber nochmal gelesen, ähm, das war zwei Tage so voll Adrenalin und, ähm, wir haben so geil funktioniert, das war also, das war das erste Mal, das wir, wir haben letztes Jahr schon auf der Bayer-Walt-Tour zusammen mitgefahren, aber das erste Mal, dass wir beide halt richtig so, okay, jetzt hier, auf Steine fahren, durch Offroad fahren, einfach zusammen da irgendwie funktioniert hat, ich glaube beide so bis zu am oder über dem Grenzbereich, also bei mir war es auf jeden Fall ein paar Mal über dem Grenzbereich, bei dir glaube ich auch hier und da mal, ähm, du sollst und, safe. Nein, 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 gut, im Nachhinein, im Nachhinein natürlich nicht, aber in dem Moment, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man das, also wir waren auf jeden Fall zwei Tage, wir haben einige Grenzen überschritten und verschoben, würde ich sagen. Ja, wir waren zwei Tage auf jeden Fall im Flow und, ähm, ich kriege dieses Bild nicht aus dem Kopf, wie du mich am Sonntagnachmittag nach dem Acker surfen mit ungefähr, ich baller schon mit 80, äh, mit 60 über den abgeernteten Acker und du ballerst mit 80 an mir vorbei, und du sagst, Alter, was hast du denn mit dem Kaffee gehabt? Dieses eine Bild ist für mich das Sinnbild dieses ganzen Wochenendes. Von, am Samstagmorgen, hallo, mein Name ist Carina, ich habe Angst vor Stein, zu, Alter, gib Gas! Ich feiere diesen Moment bis heute, es war so großartig, und ich so so, that's my girl. Das war ein geiler Scheiß, alter Schwede. Nee, wirklich. Das gibt es ja so ein bisschen auf Video, ne? Ja, 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 also die Kamera hat da noch da unten gekippt, wegen der ganzen Vibrationen, aber ich habe so ein kleines Snippet von dir. Aber das war auch, das war wirklich auch so ein Moment. Genau, wir sind da, also mit den Profis zusammen, sind wir so ein bisschen am Acker noch rumgegurkt, genau, und ich bin dann hinter dir gefahren, und dachte mir einfach so, okay, man überholt eigentlich nicht in der Gruppe, aber ich kann nicht mehr, ich muss jetzt Gas geben. Das hat einfach so krank Spaß gemacht, oh Gott. Ja, ja, ja. Also dieses Scheiß-Enduro-Fahren hat mich so angefixt, das ist wirklich krass. Also das war so die Erleuchtung diesen Jahres. Ich habe so hart Bock auf alles, was irgendwie nicht auf der Straße passiert. Das ist unfassbar, dass ich, ich hätte nie gedacht, dass ich sowas jemals sagen werde, wirklich nicht. Und ja, also dieses Wochenende war einfach sensationell. Ja, nee, das war auf jeden Fall ganz, ganz großartig, und ich glaube, das wird auch so ein bisschen, wenn wir nach vorne blicken, also unser nächstes Mal, das war ein bisschen beeinflussen. Also ich habe zumindest schon mein fortgeschrittenes Training gebucht. Eine Woche, da habe ich leider das letzte Slot abgegriffen. Das heißt, zusammen wird es wahrscheinlich nichts. Aber ich habe, glaube ich, gesehen, dass du dich zum Fear-Event angemeldet hast. Sagen wir so, ich wollte. Ich war ja leider letzte Woche nicht so verfügbar abends, weil ich auf Dienstreise war. Und habe dann um 20.07 Uhr festgestellt, fuck, 20 Uhr ist sieben Minuten vorbei, bin auf die Homepage. Und da gab es natürlich keine Karten mehr für das Fear-Event. Habe mich aber dann instantly auf die Warteliste setzen lassen. Und da kam dann auch als Antwort zurück, ja, um 20.05 Uhr waren alle Plätze belegt. Also Ticketverkauf hat um 20 Uhr geöffnet beim Enduro-Action-Team. Und deswegen habe ich jetzt große Hoffnungen, dass ich auf der Warteliste so weit oben stehe, dass vielleicht doch noch klappen könnte. Also Fear-Event hatte ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben, würde ich total gerne teilnehmen. Und Sabine hat, soweit ich weiß, einen Platz bekommen. Und ein paar Leute aus der Bärs-Bubble. Ja. Und genau. Also ich würde da auf jeden Fall auch gerne mitmachen. Aber was ich mir auch als Ziel gesetzt habe, ist im Oktober das ERT-Race. Du gehst ganz vorschran hier an die ganzen Sachen, ne? Ja, ich habe mir sagen lassen, das ist halt zwar schon im Race-Modus, aber man fährt da zwei Stunden im Kreis. Und die Schnellen können auch an einem vorbeifahren. Und dann dachte ich mir, naja, gut, trainieren ist ja eher nicht so meins. Ich mache einfach mal. beziehungsweise ich melde mich da an und dann mache ich mir erst mal ein Dreivierteljahr ins Hemd und dann schaue ich mal. Du brauchst Druck, um zu performen. Ich verstehe das schon. Genau. Wenn du unter Druck entstehen Diamanten, mein Lieber. Ja, ja, ja. Spulen wir doch mal bitte zurück. Also, wie war denn so dein Motorradjahr, bevor es so eine krassere Sache für das nächste Jahr kommt? Was hast du so dieses Jahr erlebt? Wie gehst du im Fuhrpark? Wo bist du alles unterwegs gewesen? Was waren deine Momente dieses Jahr? Okay, wir haben Zeit. Wir können alle Punkte durchgehen. Also, ich halte gerade so einen DIN A5-Zettel in die Kamera und der ist einmal vollgeschrieben mit allen Events, die ich dieses Jahr erlebt habe. Und mir ist es gerade beim Aufschreiben auch bewusst geworden, wie viel es eigentlich wirklich war. Und ich habe dir am Anfang des Podcasts gesagt, dass ich gerade so ein bisschen durch bin und meine Akkus einfach leer sind und ich einfach Urlaub brauche und mich wieder irgendwie aufladen muss. Und wenn ich mir diesen Zettel so anschaue, wundert es mich langsam einfach auch nicht mehr. Also, das Jahr hat schon mal angefangen im Februar. Da war ja noch Corona-bedingt nicht so viel los mit Messen und Events und so weiter. Und da hat in München die Minimod stattgefunden. Das war so eine kleine Messe, ich glaube, von Moskow Moto sogar organisiert oder mitorganisiert. Und das möchte ich deswegen erwähnen, weil da habe ich Tom Posthard kennengelernt und die beiden Boys von Free Gulliver. So kam nämlich der Kontakt zustande. Dann habe ich gesehen, am 27.02. habe ich dieses Jahr meine Motorradsaison eröffnet. Da war die erste Tour mit der GS und war tatsächlich auch der früheste Saisonstart bisher, weil normal habe ich schon immer so bis April gewartet. Meine Tausende hatten ja auch Saisonzulassungen dann erst wieder ab März. Und diesmal aber schon im Februar, wie gesagt, die GS ist das ganze Jahr zugelassen. Dann, wie wir schon gesagt haben, Meet the Makers Royal Enfield, dann Club of New Church. Ich war noch mal zwischendurch ein Wochenende in Italien für drei Tage waren es, glaube ich, oder vier. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war es auch eine sehr, sehr schöne Tour. Und ein paar Pässe in der Schweiz mitgenommen. Knödel gegessen am Würzjoch. Das war großartig. Also war wirklich auch ein sehr schöner Saisonstart in Südtirol. Dann möchte ich gerne erwähnen, ich bin bei der Petrolats Rallye dieses Jahr mitgefahren. Am 4.06. Grüße an der Stelle auch an Irene. Es hat nämlich echt viel Spaß gemacht hier in München. Und ich habe echt ein paar tolle Mädels auch kennengelernt. Und wir haben inzwischen auch einen regelmäßigen Stammtisch hier etabliert in München. Also falls jemand da noch nicht dabei ist und Interesse hat am Weiber Motorrad Stammtisch, meldet euch auch gerne bei mir. Das ist auch immer ganz cool, was sich da so für Netzwerke und Kontakte ergeben. Und es macht wirklich auch Spaß, mit den Ladies über Motorräder zu quatschen. Genau, dann waren die Motorrad Days. Wir haben dann in München das Thema Motor Social angefangen. Würde ich auch gerne einfach erwähnen, weil es hat dreimal stattgefunden dieses Jahr und es ist echt cool angekommen. Also ich war sehr, sehr positiv überrascht von der Resonanz. Ansonsten, wer es nicht kennt, gerne auch einfach mal googeln unter The Motor Social. Das ist im Endeffekt ein weltweites Format, gegründet von einem Kanadier. Gibt es inzwischen an 30 verschiedenen Standorten weltweit und dient einfach dazu, Leute zu connecten, die sich gerne mit Motorrädern unterhalten oder mit Motorrädern zu tun haben und so weiter. Und genau, wir haben das jetzt eben hier in München aufgezogen und gleich beim ersten Mal waren um die 40, 45 Motorräder da, beim zweiten Mal schon mal 80. Und da ging richtig was vorwärts. Also es hat echt auch super viel Spaß gemacht. Und so dieser Socializing- und Netzwerkcharakter macht einfach auch extrem viel Laune. Und es ist schön, wenn die Leute einfach zusammenkommen, sich ein bisschen nett unterhalten. Ich habe zufälligerweise auch beim letzten Mal einen KTM-Fahrer inzwischen wieder getroffen, den ich von vor 10, 12 Jahren noch aus dem Z1000-Forum kannte und so. Also wirklich super lustig, wie sich da wieder alles zusammenfügt. Es hat mir einfach super viel Spaß gemacht. Genau, dann Bad & Bold Sommerfest. Ich war nochmal auf der Rennstrecke. Dann zwei Wochen Urlaub, von denen ich eine Woche mit dem Motorrad unterwegs war. Eben dann unser Wochenende beim Enduro-Action-Team war so das Highlight meines, oder der krönende Abschluss des Urlaubs. Dann war ich noch am Glemsack. Glemsack 101 Sprintrennen. Da habe ich auch den Phil schon kennengelernt. Das war auch super. Eine Woche später Auerberg-Klassik, organisiert von Hermann Köpf, der auch schon bei uns zu Gast war. War auch ein wahnsinnig tolles Wochenende. Hat super viel Spaß gemacht. Da habe ich auch Pamela wieder getroffen. Und Lea habe ich da auch getroffen. Schön. Genau. Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Dann war das Electric Ride Event. Da haben wir uns nämlich auch wieder gesehen. Das war sehr, sehr cool. Richtig. Genau. Obwohl wir nicht Elektro-Enduro fahren waren. Dann war ich auf der Intermot in Köln. Dann war ich nochmal ein Wochenende in Südtirol, in den Dolomiten beim Motorradfahren. Und das war für mich auch so ein Tour-Highlight, weil da musste ich gerade dran denken, als du beschrieben hast, wie du mit Thomas unterwegs bist. So im Flow einfach. Und wir waren zu zweit. Und ich kenne meinen Mitfahrer noch nicht so lang, aber das hat erstaunlich gut funktioniert. Also ich hätte das gar nicht ganz so erwartet, aber das war wirklich, wir haben einen super ähnlichen Fahrstil. und es war einfach wirklich ein total geiler Flow, so Top Gun-mäßig den Pass hoch und runter. Und die coolste Szene war wirklich am Pass, so die Jau. Ich wusste, er wollte diesen Pass fahren und habe ihn dann in die Route mit eingeplant und habe dann schon so die Jubelfuchteleien gesehen auf dem Motorrad vor mir, als die Schilder dann aufgetaucht sind. Und dann sind wir da halt da hochgeballert. Und oben habe ich einfach den Helm abgenommen und musste fünf Minuten lang nur lachen. Es war ein riesengroßes Glücksgefühl. Es war echt eine wunderschöne Tour. Und was auch noch so zauberhaft war, es ist einfach, ich habe jetzt da auch gestern oder heute, heute war es, genau, noch ein paar Bilder gepostet, also einfach Südtirol im Herbst. Es ist so wunderschön, wie farbenfroh und gelb und rot und in allen möglichen Facetten die Bäume strahlen und blühen und beziehungsweise nicht mehr blühen, sondern die Blätter abwerfen. Entschuldigung, andersrum. Auf jeden Fall total wirklich wunderschön und es ist einfach auch nichts mehr los. Also die Straßen sind einfach frei. Genau, also das war so ein kleines Tour-Highlight diesen Jahres. Dann das nächste Tour-Highlight war zwei Wochen später. Da war ich alleine unterwegs mit meiner Tausender und habe noch eine kleine Abschlusstour gemacht über das Timmelsjoch und den Jaufenpass. Das war auch wunderschön. Und dann war ich im November noch auf der Eikmar. Genau. Und das war im Schnelldurchlauf, dass nur die Motorrad-Events und zwei Touren, so diese Tagestouren oder mal eben irgendwie einen Samstag oder irgendwie einen Sonntag fahren, habe ich jetzt hier gar nicht mit erwähnt und dementsprechend vollgestopft war das Ganze auch. Aber ich muss auch sagen, es hat sich einfach auch so wahnsinnig viel ergeben. Also so die ganzen, es war immer überall irgendwas los und dadurch, dass einfach die letzten Jahre gar nichts war, war schon so ein leichter Kompensations-Subtext vorhanden, finde ich. Überkompensation. Du und deine Luxusprobleme. Ja, total. Das ist mein Luxusproblem. Hashtag FOMO. Grüße an dich, Haui. Du hast einiges vergessen übrigens, in der Jahreszusammenpassung. Was habe ich vergessen? Dein drittes Bike im Stall. Ja, genau. Genau, genau. Das stimmt. Das war in der ersten Woche meines zweiwöchigen Urlaubs im Sommer. Ich habe mir ein drittes Motorrad gekauft. Und zwar von der lieben Sabrina. Und es ist eine Honda NTV 650. Falls jemand die Honda Hawk kennt, genau dieses Motorrad, aber mit Kadernantrieb. Und das Ding ist genauso alt wie ich. Und die ist voll süß, hat den 650er Motor aus der ersten Africa Twin drin. Und ich liebe die. Die macht total Spaß und ist voll witzig. Und ich werde jetzt nicht groß ankündigen, was ich vorhabe, damit zu machen, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich es machen soll. Weil es ist eigentlich mein Winterprojekt, aber ich habe jetzt beschlossen, im Winter in Urlaub zu fliegen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Du hast mir erzählt. Ja. Aber der Öffentlichkeit glaube ich noch nicht. Genau. Und genau, deswegen muss ich... Ich bin nicht geidisch. Äh, nein. Also, erzähle ich dir gleich nochmal in Ruhe. Aber auf jeden Fall habe ich mir ein kleines Winterprojekt angelacht und mal schauen, was da demnächst mal draus wird. Ich halte euch auf dem Laufenden, aber ich werde nicht zu viel verraten. Sie hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial und sie ist süß und sie hat einen schönen Rundscheinwerfer und da kann man gut was draus machen. Genau. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, was du draus machst. Ja. Ich glaube, ich bin da... Ich habe dir schon ein paar Umbauten hergeschickt. Hey, gucken wir mal hier. Gucken wir da. Da ist schon Potenzial drin. Finde ich ganz cool. Ja, doch. Also, falls du irgendwas Cooles siehst, immer her damit. Mach ich gerne. Wobei, wie gesagt, die nächsten Wochen bis Silvester bin ich jetzt erstmal raus aus der Nummer, weil ich fliege tatsächlich über Weihnachten dieses Jahr weg. Ich habe mal was ganz Verrücktes beschlossen und Gott sei Dank die Zustimmung meiner Mama bekommen, weil seit 34 Jahren habe ich, glaube ich, oder seit 33 Jahren jeden Heiligen Abend bei meiner Mutter verbracht. Also, das klingt schlimmer, als es ist. Also, ich war immer zu Hause im wohligen Beisein meiner Familie an Heiligabend und diesmal werde ich abhauen und ich fliege in Urlaub und habe ein Mietmotorrad für anderthalb Wochen und bin bis nach Weihnachten auf jeden Fall unterwegs. Bin schon sehr gespannt. Also, ich werde dich auf dem Laufenden halten und ich will dann voll möhen, ob du willst oder nicht. Ich bitte drum. Ich möchte es und ich bitte drum. Und dann werde ich natürlich gerne auch hier wieder davon erzählen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Genau. Das finde ich super. Und den Jahreswechsel werde ich dementsprechend ganz entspannt und chillig verbringen in wunderbarer Gesellschaft und vielleicht dem ein oder anderen Sauna- und Thermenbesuch und dann kann ich mich so quasi aufs Motorradjahr 23 vorbereiten. Was mich zu der Frage bringt, Alex? Was steht auf deiner Liste? Was wirst du nächstes Jahr alles tun? Es stehen auf jeden Fall mehrere Sachen auf meiner Liste, die sehr viel mit Offroad zu tun haben. Zum einen will ich die, ich hoffe es, ich schaffe es dieses Jahr noch vor Silvester, die Honda-Final umzubauen. Ich habe noch ein paar Teile im Keller liegen. Das sind so ein paar Schönheiten, wie ist das andere länger drauf. Die Kette muss gemacht werden, der Ölwechsel muss gemacht werden. und dann ist sie eigentlich so, wie ich sie haben möchte und dann werde ich sie erst mal schmutzig machen. Ich habe lustigerweise entdeckt, hier um die Ecke gibt es wirklich also keine zehn Minuten von meinem Wohnort entfernt gibt es eine Motocross-Strecke in Berlin, in Lichtenberg. Oder was ist denn los? Ja. Voll cool. Das erfahre ich erst jetzt. Das ist die MX-Range und da kann man auch freie Fahrt buchen und da werde ich da mal hinfahren. So, hallo, ihr Bims. Und dann werde ich die 1-Alex mit Dömming ein bisschen einsauen. Das Geile ist aber, was wir diese beim Ehre, beim Elektro-Wand nicht geschafft haben, ich wollte ja meine Söhne ein bisschen anfixten. Ja. Mit auch fortfahren. Ja. Die bieten auch Kids-Trainings an. Sehr cool. Also werde ich meine beiden Stammhalter da einbuchen. So, ihr, jetzt hier dahin mit mir. Wir schön durch die Gegend ballern. Und so ein 2 ist ja schon sehr enthusiastisch. So ein 1, gut, der ist mit Pubertier, der muss erst mal alle den coolen machen. Ja, können wir mal ausprobieren. So und jetzt ist Schluss mit Fußball. Na, aber ich glaube, da habe ich total Bock drauf. Ob sie nachher Bock drauf haben, weiß ich nicht. Aber ich möchte sie auf jeden Fall anfixten oder zumindest mal versuchen. Das ist auf jeden Fall eines meiner unmittelbaren To-Do-Lüste für nächstes Jahr. Ja, dann, ja, Training-mäßig, ich habe auf jeden Fall mein erstes fortgeschrittenes Training beim ERT gebucht. Vielleicht muss ich mich ja noch irgendwo bei irgendwelchen Performance-Formaten einbuchen, wie du es gemacht hast. Mal gucken, ob ich noch irgendwie rein, wie ich sneaken kann. Performance-Formate? Naja, ERT-Race. Ach so. Hier, ERT-Race ist jetzt gleich, wenn wir aufnehmen, jetzt quasi morgen. Ach so, ja. Morgen 20 Uhr. Hm, okay. Ja, dann, ja, okay, ich muss weg. Nein, also so in die Richtung. Ich will auf jeden Fall mit dem Stefan Tappert nochmal ein Wochenende fahren, da in Rheinsberg, da auf verschlungenen Pfaden durch den Mürbis-Nationalpark in meinem Kopf entsteht gerade eine Tour nächstes Jahr durch die Vogesen und den Elders. Oh, sehr schön. Da bin ich gerade schon am Planen dran, ein paar Tage. Und ich habe auch schon ein Motorrad dafür. Ich fahre nicht mit meinem eigenen. Ich bekomme eins von einem Hersteller. Oh. Lass mich sagen. Der liebe Uli meint so, ja, du weißt von mir. Ach so, wenn du Uli sagst, dann ist es eine Triumph. Ich hätte jetzt auf eine FTR getippt, aber. Ja, war auch, war auch. Das ist gut, aber ich habe dann bei Uli angefangen, so, du, ich habe eine bescheuerte Idee, hast du ein Moped für mich? Alter, ich habe noch nicht mal einen Fuhrpark bleibt für nächstes Jahr. Ich so, aber ich melde mich schon mal an. Na gut, irgendwas kriegen wir hin. Sehr gut. So, und das sind so die ganz groben Pläne für nächstes Jahr. Ach, schön. Oh, ey, ganz ehrlich, so viele Dinge, wahrscheinlich so spontan, mal Wochenende hier, mal Wochenende da. Ja, also für dieses Jahr steht auf jeden Fall noch mal an, irgendwie mein Zehn-Jahre-Jahresrückblick irgendwie fürs Blog. Das habe ich dieses Jahr komplett verpennt. Das muss ich auf jeden Fall noch mal erledigen. Ich habe den Artikel schon halt fertig. Das Lustige ist, ich habe sie, glaube ich, schon mal ein Bild geschickt. Ich habe im Büro gefunden eine Motorrad-Ausgabe von 2012, in dem Jahr, in dem ich meinen Führerschein gemacht habe und meinen Blog gestartet habe. Und das werde ich in den Rückblick auch noch mal einbauen, weil das sind nur zehn Jahre, aber wenn du dir Bilder anschaust, die Klamotten, die Bikes, das Zeug, und ich denke so, Alter, das ist so Ewigkeiten her, gefühlt. Das werde ich da auf jeden Fall mit einbauen. und ich freue mich auf jeden Fall für nächstes Jahr auf sehr viele neue geile Gäste für diesen Podcast und sehr viel gemeinsames Fahren mit dir, liebe Karina. Ja, da freue ich mich. Oder auch gemeinsames Bier trinken oder beim Griechenessen gehen, was auch immer. Ja, auf jeden Fall gemeinsame Aktivitäten ohne Kamera dazwischen und Computer und 600 Kilometer. Aber mit Alkohol, oder? Unbedingt. Speaking of Alkohol, du hast ja schon Thaleskei eingeschenkt, das muss ich kurz nachholen. Ich wollte gerade sagen, bevor ich nämlich meine Pläne für das nächste Jahr ausbaue, würde ich mal sagen, halten wir uns an die Profis vom Bärcast und bauen uns eine Whiskey-Time ein. Genau. Was trinken wir? Also erst mal, woraus trinken wir? Ich nehme mich aus dem Glen-Else-Glas. Du auch? Hier, hallo, 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 hallo. Kannst du es lesen? Elsporn. Ein Drammglas Elsporn. Ja. Nice. Genau, also der Harzer Single Malt Whiskey, wie gesagt. Liebe Grüße an unsere liebsten, liebsten Bären. Genau. Und ich trinke daraus einen Thaleske Special Release 2020, den ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und du? Und ich habe auch, lustigerweise, ich habe einen Whiskey-Adventskalender bekommen von der lieben Gattin. und da war, ich hänge ein bisschen hinterher, ich habe, das gestrige Türchen war eben auch ein Thaleske und zwar eine Distillers Edition Vintage 2011 Double Matured Amorosa Casks. Oh. Klingt kompliziert. Mal gucken, wie es schmeckt. Amorosa? Ich kenne nur Oloroso. Du hast einfach, ja, ich weiß auch nicht, irgendwas Sophisticated wahrscheinlich. Amoristisch. Oh. Hm. Die Farbe sieht auf jeden Fall sehr nach Liebestrank aus. Das ist so ein rötliches, braun, sieht aus wie ein Cherry-Fass-Reifung, oder? Das könnte sein. Wahrscheinlich ist da Amoroso eine Cherry-Art, die mir momentan entgangen ist, aber... Schauen wir mal. Ich google das mal, während du trinkst. Dann kann ich nämlich beschädigen, ob meine Augenstern reichen. Auf jeden Fall auch. Richtig waren. Also wenn ich Amoroso bei Google eingebe, dann geht erst mal Poke-Wiki auf. Das ist wohl ein Pokémon. Nein, aber Amoroso ist tatsächlich ein Cherry. Ja. Ja. Man merkt es auch hinten aus, im Abgang kommt die süße Note und voraus ist es relativ scharf. Aber so im Abgang schön süßlich-fruchtig. Dieser samtweiche, vollmundige Cherry reift in den Kellern der traditionsreichen spanischen Stadt Jerez. Wunderbar. Jerez de la Frontera. Mein Christen Race Track. Ich wollte gerade sagen, das macht mich mal ein bisschen glücklich, weil da ist nämlich immer MotoGP-Rennen. Siehste? Ebenso. Bist du ein bisschen konditioniert, ne? So viel zum Thema Abnerden. Ja, voll, 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 voll. Die Valentino Rossi-Folge, da müssen wir jetzt schon noch mal einen raushauen hier. Ja. Aber da bist du die Expertin. Ja, nicht mehr tatsächlich. Also seine Biografie habe ich damals so ungefähr fünfmal am Stück gelesen, aber ich kann nicht mehr so viel draus auswenden, wie ich gerne würde. Und seit Valentino Rossi aufgehört hat, mit MotoGP fahren, muss ich auch zugeben. Oder eigentlich auch schon länger verbringe ich einfach meine Rennsonntage nicht mehr wie früher meine komplette Jugend vor dem Fernseher, sondern ich fahre meistens selber Motorrad. Und genau, aber nichtsdestotrotz steht immer noch ein Besuch in Tavulia aus, der legendären Valentino Rossi-Stadt. Und die Grand Prix-Strecke Misano würde ich mir auch gerne mal anschauen. Und ja, so ein bisschen in die Richtung. Also das macht mich nach wie vor sehr, sehr glücklich. Und ich bin von nicht vielen Sachen Fangirl, aber Valentino Rossi zählt auf jeden Fall oder Menschen besser gesagt, aber er zählt auf jeden Fall dazu für immer. Sehr schön. Ich habe ja, ich habe mehr so eine so eine Formel-1-Sozialisierung, die kam ja noch lange vor der Motorrad-Sozialisierung. Und, also ich bin so aufgewachsen, also so mit Gerhard Berger, Österreicher, hat damals 84. ersten Grand Prix gewonnen. Den habe ich noch, Grand Prix vom Nächsten, den habe ich noch live geguckt, nachts irgendwann irgendwo, keine Ahnung, wurde übertragen, URF hat es glaube ich übertragen. Das war so mein erstes Eingeprägner-Erlebnis. Das kam ein paar Jahre später, kam halt irgendwie so ein junger Michael Schumacher im Jordan. Arschgeile Autos damals auch irgendwie so und so Charaktere wie damals Sender am Pros, die haben mich auch sehr, sehr geprägt damals und die epischen Battles, die sie um die WM-Krone ausgefochten haben. Und da kam irgendwann der junge Schumacher und das war halt so komplett meine Ära, als Schumacher dann irgendwie seine Erfolge hatte und ich habe nämlich die Doku wieder gesehen und das war unfassbar beeindruckend, wie der eingeschlagen ist. Und dann halt ein paar Jahre später Sebastian Vettel, der jetzt dieses Jahr seine Saison gefahren hat und was ich sehr beeindruckend fand, war diese unfassbare Dankbarkeit des gesamten Fahrerfeldes gegenüber diesem Typen, der halt immer so ein bisschen auch so geerdet, nahbar war und ey, vierfacher Weltmeister auf Red Bull, der muss keinem was beweisen und wie dann auch die jungen Fahrer oder also gerade Fernando Alonso, mit dem er sich noch irgendwie echt geballt hat damals im DWM mit seinen 40 Jahren ist der Alonso, aber auch die Jungen, wie alle ihm so ein bisschen Tribut gezollt haben und so quasi wenig genau darüber gesagt hat, das Kapper gezogen haben vor seiner Leistung. Das hat mich so ein bisschen sehr, sehr geprägt und das fand ich schon sehr spannend und in dem Fall gab, war das in Formel 1 diesem Jahr auch so ein bisschen so eine kleine Ära, die da zu Ende gegangen ist, der ist so ein bisschen irgendwie nicht wehmütig, aber schon von Erinnerung Nachblicke, das war schon ganz cool. Das stimmt tatsächlich, also als Kind war ich da sehr, sehr, sehr Michael Schumacher und Mika Heckinen geprägt. Also das war so die Ära, wo ich ganz viel Formel 1 auch geguckt habe und natürlich hing jeden, jedes Mal die rote Ferrari-Flagge im Garten am selbstgebasteten fahren im Mast. Genau, und irgendwann ist es dann in MotoGP umgeschwenkt und ja, das stimmt schon, aber das erinnert mich auch so ein bisschen an die Zeiten, als Valentino Rossi und Dani Pedrosa oder Marc Marquez, nee, Marc Marquez war es, glaube ich, zusammengefahren sind, weil Marc Marquez ist aufgewachsen mit einem Valentino Rossi-Poster über seinem Kinderzimmerbettchen, hat er irgendwann mal erzählt und das fand ich halt schon auch irgendwie beeindruckend und ja, da ging halt auch irgendwie eine extreme Ära zu Ende, als er aufgehört hat zu fahren, zumindest Motorrad zu fahren. Inzwischen, ich glaube, er fährt jetzt irgendwie, ich schlage mich bitte nicht, ich weiß nicht die Rennserie, aber er fährt auf jeden Fall Pkw-Rennserie nächstes Jahr, ich glaube sogar für BMW und ja, mal gucken, also bin mal gespannt, was sich da so hören lässt. Wie gesagt, ich verfolge es nicht mehr so aktiv, aber mal schauen, was man da so zu hören bekommt. Ja, sehr cool. Genau, schmeckt dir dein Whisky? Ja, sehr gut, auf jeden Fall. Das brauche ich aber noch einen von mir. Wunderbar, dann kannst du mal deinen Whisky trinken. Ich bin versorgt. Ja. Genau. So, was haben wir noch auf der Uhr? Wir haben schon ein paar Themen noch geparkt, wir müssen unbedingt drüber reden, was der liebe Tom und der Energo da so in Afrika machen. Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Die haben da nämlich jetzt irgendwie sich auf den Weg gemacht. Der Tom, Tom Possert, fährt mit einer Fabrikneuen, Yamaha Teneré World Raid durch Afrika, wird begleitet von Eriko, der mit einer 86er Teneré 600Z ihn begleitet. Ja, genau. Warum machen die das denn? Und wieso und weshalb? Ja, weil die Teneré 40 Jahre Jubiläum feiert, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, genau. Und genau, die beiden haben sich einfach gedacht, Tom Possert ist ja der Organisator des Europe Africa Rodeo und kennt sich in der Gegend wahnsinnig gut aus und Enrico ist da auch schon das ein oder andere Mal mitgefahren und genau, die haben sich dann einfach mal gedacht, dann testen wir mal neues gegen altes Material und das Coole ist halt auch, Tom fährt in aktuellem Gear, also sowohl Gepäck als auch Klamotte ist eben aktuell, modern, neues Material und Enrico fährt halt in den Klamotten von damals. Also der hat wirklich, gut, ich glaube, die Stiefel sind jetzt nicht von damals, der hat schon, also aber halt auch so Retro-Stiefel, glaube ich, aber zumindest der Anzug und sein Helm ist auch so ein Retro-Helm. Ich weiß nicht, ob es ein Bell ist, ich glaube schon, auch im Custom-Design von der lieben Vicky, ganz großartig, Vame.me, die macht ganz großartige Helm-Designs und genau, aber Enrico fährt halt in so einer alten Kombi und halt eben auch alten Gear auf der alten XT und genau, die beiden sind unterwegs nach Dakar. Das ist super. Und die sind schon irgendwie seit dem 15. Hälften unterwegs, aber fahren noch eine Weile, die haben jetzt noch irgendwie 45 Tage vor sich bis zum 27.1., also Ende Januar, wollen sie dann da sein. 45 Tage, 19 Stunden, 26 Minuten und 39 Sekunden aktuell. Du hast sie gerade durch der Webseite aufgeladen. Und guckt auf jeden Fall auf ihre Seite motorradrallye-rallye.com, wo sie, würde ich, fast tagesaktuell berichten, wo sie gerade unterwegs sind und also es zieht sich ein Thema so durchgängig durch, dass Enrico immer an seinen Bock schrauben muss. Also der hat schon alles gehabt, glaube ich irgendwie. Von Kupplungsdeckel durch und findet man in Afrika mit in Afrika irgendeinen neuen Kupplungsdeckel für eine 86er Teneré. Dinge und Möglichkeiten bis hin zu den kleinen Sachen wie Spritzsorgen und die, glaube ich, ich habe gerade irgendwie bei Instagram mal umgefragt, was habe ich für ein Liter Sprit bezahlt? 3,20 Euro, glaube ich, so irgendwo auf Kanister, irgendwo im Busch. Oh Gott, das ist schon krass. Wobei ich glaube, es gibt niemanden, der dafür besser geeignet ist als Enrico, weil der kennt dieses Motorrad bis in den letzten Gewindegang. Und ich war zwei Wochen bevor sie losgefahren sind noch bei ihm in der Werkstatt, da stand der Bock noch halb zerlegt irgendwo rum, weil wieder mal irgendwo was war und wie gesagt, ich bin da voll zuversichtlich, wenn er das nicht hinbekommt, dann ist es nicht möglich. Ich habe mir genau das eigentlich auch gedacht, weil Enrico auch A, so ein Nerd ist, der es halt irgendwie, wie du sagst, in den letzten Gewindegang kennt, aber auch die Geduld mitbringt. Also ich würde wahrscheinlich schon längst fluchend irgendwie das Werkzeug irgendwo in die nächste Lüne schmeißen und in der Rückest glaube ich eher der Typ so, ja dann probieren wir es mal so rum und ne hier kommen wir da und ne dann irgendwie, irgendwas geht schon irgendwie. Da muss man schon dafür geboren sein, ich wäre es auf jeden Fall nicht, aber ich finde es total spannend wieder mitzulesen und auch die Bilder, die sie posten, sind unfassbar schön, also wirklich ganz, ganz unberührte Dünen, Sonnenuntergänge, auch lange Fahrtage, die sie vor sich haben, wo du echt so ganz wildromantisch in den Sonnenuntergang reitest, trotz aller, aller Unwägbarkeiten unterwegs und aller Ausfälle, die sie mithaben. Es ist ein großes Abenteuer und ich bewundere beide für ihren Mut und die Ausdauer, die sie da irgendwie an den Tag legen, das durchzuziehen. Ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung. Guckt es euch an auf Insta, wir verlinken es auch in den Shownotes, Shownotes-Beauftragte. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und die Website wird auf jeden Fall regelmäßig aktualisiert. Das ist schon ein ganz, ganz, ganz großer Spaß. Total. Und man muss auch echt sagen, die Aufnahmen sind wahnsinnig schön, soweit ich weiß, haben die auch noch jemanden dabei, der fotografiert und dann eben von den beiden immer wunderschöne Fotos und Aufnahmen auch macht. Das ist total spektakulär, wenn man einfach mal die Website durchblättert und ich finde die Idee halt einfach großartig. Die beiden sind einfach so coole Typen, so sympathische Menschen und einfach so absolute Herzensempfehlungen. Und was auch natürlich ganz großartig ist, es klebt auf jedem dieser Motorräder ein Twinspark-Aufkleber. Unser Moped-Podcast ist unterwegs nach so gar. Die beiden knallt das nicht. Das finde ich sehr, sehr großartig. Ich feiere das so krass und jedes Mal freue ich mich wieder. Also ja, mal wieder große Liebe. Ja, der Tom hat es aber auf dem Barkbuster rechts innen an die Innenseite geklebt und dann hast du vielleicht trotzdem noch ein Foto gemacht, so, hier ist ein kleines Twinspark-Aufkleber. Vor allem der ganz kleine, die wir haben, so dieser einen Zentimeter große Wunde-Aufkleber. Die großen sind, glaube ich, auf der Seitenverkleidung. Ja, ja, aber der kleine in der in der Dings ist das. Nee, also ganz, ganz, ganz großartig und ich finde ja auch so persönlich so ich finde es halt total spannend, wo die rumfahren, die alte Dakar. Ich weiß, ich habe da noch immer wieder schon ein bisschen älter. Wir haben damals eine Schülerzeitung gehabt und ich habe auch dann für die Schülerzeitung immer einen Artikel geschrieben und ich weiß, dass ich zur ich glaube 84 war das dann auch einen Artikel geschrieben habe zur Paris-Sakar-Rallye Also einer der Ersten und ja, da ist irgendwie halt irgendwie kaum darüber berichtet worden, zumindest in Print nicht, aber das hat mich so voll, da habe ich voll abgenerdet drüber und ich habe jetzt lustigerweise habe ich am Wochenende ein Thema entdeckt, bin ich drüber gestolpert, das hat er auch irgendwie in einer Bergkast-Folge, hat es der liebe Chris auch schon erwähnt, meine Hunde Dominator, die ich habe, die gab es früher auch als Camel Trophy Bike oder Camel Marathon Bike. So, das hat er im Podcast erwähnt, das ist mir aber entgangen. Ich habe es dann aus anderer Quelle erfahren, dass damals Camel Trophy, man erinnert sich, hat Camel damals gemacht als irgendwie Land Rovers und Jeeps so konnte sich bewerben, konnte dann irgendwie zwei Wochen lang irgendwie Abenteuer erleben, musste es Aufgaben erledigen und gewann, also wie GS Trophy, nur mit Autos quasi war es so ein bisschen und da gab es dann die Geschichte, dass dann auch ein Italiener, Camel Italia, vorgestellt hat, lasst das Ganze doch mit Motorrädern machen und zwar mit 100 Dominators und der hat es dann auch irgendwie durchgesetzt, gekriegt und 100 Italia als Auto stützt und damals sind sie halt auch so aus dieser ganzen Rally-Raid-Szene entdeckt, entstanden, auch so drei Jahre lang so Länderwettbewerber gefahren, zwar erst mal Italien gegen Spanien, dann später kamen die Franzosen noch dazu und es wurde so schnell so erfolgreich, dass Camel dann irgendwann den Hahn abgedreht hat, weil die Angst hatten, dass es dem Autowettbewerb quasi den Rang abläuft, der viel größer war. Ach, klar. So, ja und dann gab es halt eben damals die paar Bilder von diesen knallgelb, in Camel gelb lackierten Honda-Dominatoren, ein bisschen modifiziert, im zweiten Jahr hohe Flügel, Rally-Reifen, Fahrwerk, Motor getunt so ein bisschen und die Fahrer hatten ein Matching-Outfit, also auch ein knallgelb, mit Enduro-Helm. Auf sowas stieß, ja total. Da waren Italiener am Werk, Style-Faktor-mäßig ganz weit vorne, der Dainese-Offroad-Kombi auf diesen gelben Motorrädern, also ich habe das so abgefeiert, das fand ich so großartig und so aus diesem Spirit heraus, und ich gucke halt eben jetzt gerade auf die Website auch und die, auch das Outfit von Enrico, das ist so ein geiles 80er, 90er Jahre Quietsch-Outfit, das ist so period correct, sagt der Englinder. Ja, das ist so geil und das feiere ich so, da muss ich auch dran denken, also das hat irgendwie so ein geiler Style gewesen irgendwie und von diesem Thema Dakar Rallye-Raid feiert es total ab, aber auch vom Style her ist es, finde ich es total großartig, was die Jungs da so machen. Ja, absolut. Und ich habe den beiden schon mal gesagt, sie dürfen sich nicht vor uns verstecken, wenn sie wieder zurück sind, also ich würde die beiden auch gerne in den Podcast einladen und zu ihrer Tour dann befragen. Ich finde, das muss nicht bringen. Und zu Not lassen wir sie polizeilich vorladen, das geht's also, die müssen auf jeden Fall herkommen. Wenn wir mit dem Twinspark-Logo schon auf der Website mit auftauchen und auf den Motorrädern sind sie uns das quasi, nein, dann sind wir ihnen das schuldig. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf, das werden sicher total tolle, tolle Geschichten und ich glaube, es wird mehr als eine Folge werden. So ein Triple Feature wahrscheinlich. Ja, so ungefähr. So Back to the Future 1 bis 3. Ja, 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 ja. Sehr schön. Das wird super, da freue ich mich schon sehr drauf und ich glaube, die haben auch echt coole Sachen zu erzählen und wie gesagt, die sind auch beide einfach wahnsinnig coole Persönlichkeiten und ich freue mich einfach auch drauf, mit den beiden wieder zu sprechen. Ja, Tom habe ich ja noch nie gesprochen, also ich habe, da hast du das Privileg, ihn schon mal gesprochen zu haben oder mehrfach, das hatte ich ja noch nicht, deshalb muss ich das dringend nachholen. Lieber Tom, wir müssen uns kennenlernen. Genau, genau. Genau. Und ihr schaut alle auf motorrad-rally.com, da gibt es alle Bilder zu sehen, die Mobbets, Enrico, Tom und alles, was sonst dazu gehört. Ja, und für die Landschaften auf jeden Fall. Das war schon mal gute Überleidung zu dem Thema, was passiert bei uns im Podcast im nächsten Jahr, liebe Carina? Was machen wir denn da? Was wir im Podcast machen nächstes Jahr? Ja. Also wir feiern auf jeden Fall unseren zweiten Geburtstag. Und das schon im April. Nice. Genau. Und ansonsten, boah, ich weiß nicht, haben wir irgendwas Konkretes geplant? Nee, also wir haben zumindest, also ich gucke mal auf unsere Gäste. Ist die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, neun Namen steht da drauf. Ja. Schon mal? Also wir sind schon mal. Und die erste Zusage? Sehr gut. Sehr gut. Ja, Die erste Zusage kam, also ich glaube der Erste, der schon konkret zugesagt hat, der ist jetzt für Anfang Januar schon dran. Ja, perfekt. Das wird unser zweiter Schwede werden und die zweite englische Folge. Alter Schwede. Muss schon mal spoilern. Alter Schwede. Ich bin persönlich sehr großer Fan von. Da wird es auf jeden Fall um 100 Dominatoren und sehr viel Style gehen. Mehr verrate ich noch nicht. Aber wir haben ganz, ganz tolle Namen auf der Liste, mit denen wir erstmal noch ein bisschen in die Terminfindung gehen müssen. Das ist auch so ein bisschen der Nachteil unseres Formates, dass wir nicht einfach wie heute Abend, aber wir zu zweit einfach zwei Stunden rumquatschen, sondern es kommt ja immer auf die Gäste drauf an, mal nie Zeit können haben und wir das Termin nicht übereinander gelegt bekommen. Aber es ist auch der Vorteil, weil dann wird es mit uns noch nicht so schnell langweilig. Würde es mit uns hier langweilig werden, Carina? Ich glaube nicht. Entschuldige, ich habe dich gerade unterbrochen. Nein, ist okay. Ich bin schon beim zweiten Missgarten gekommen übrigens. Ich habe nur so kleine Probierpackungen hier. Jetzt hatte ich auch einen Cherry Cask, ein Creag Du. Hast du ihn gemalt? Keine Ahnung. Ich habe ja die Karte nicht da. Mit dem Whisky-Kalender kam eine Karte, wo die Whisky, die jetzt direkt rumstehen. Ganz viel Space Side mit drin. Ist schon mal nicht schlecht so. Den muss ich nochmal nachgucken, wo der herkommt. Aber speaking of which, auch 2023 werden wir Whisky trinken. Ich finde, wir sollten ganz dringend mal einen Betriebsausflug organisieren, wir zwei. Ich habe auch schon einen Vorschlag gemacht, wo es hingehen kann. Genau. Ich glaube, ich habe es vergessen, weil da habe ich Whisky getrunken. Gran Canaria habe ich gesagt. Stimmt. Genau. Ach genau, das war im letzten Podcast. Ach ja, richtig. Ich erinnere mich. Du hörst mir nie zu. Doch. Ich habe so viele andere Betriebsausflüge im Kopf. Zum Beispiel, ja, zum ERT Race oder zum Vier-Event oder ja, so die ein oder andere Veranstaltungen, die BMW Motorrad Days zum Beispiel oder das Meet the Makers findet wieder statt. Ja, stimmt. Möglichkeiten für Betriebsausflüge gibt es genug und ansonsten, ja, wie gesagt, ich glaube, das würde ich einfach spontan auf uns zukommen lassen, aber wieder erwarten, also ich habe ja auch am Anfang so ein bisschen die Befürchtung gehabt, uns gehen irgendwann mal die Gäste aus, aber nee, tun sie nicht. Das ist echt super cool und es sind immer, es ergeben sich immer coole neue Möglichkeiten. Ich habe auch noch zwei Kontakte, die ich dringend anrufen muss noch, ich weiß nicht, ob ich es vor Weihnachten noch schaffe, aber auf die ich auch schon sehr, sehr gespannt bin und ja, also uns wird auf jeden Fall nicht langweilig und ich hoffe euch auch nicht und wir haben noch ganz viel in der Pipeline, was wir euch oder wen wir euch gerne präsentieren würden und für euch, für uns, für alle draußen interviewen. Genau. Ja, ja. Ansonsten würde ich gleich da nochmal überleiten zu einer Sache, die wir jetzt 2022 noch machen beziehungsweise nicht nur wir, sondern eigentlich hauptsächlich unsere ganz, ganz zauberhaften, wundervollen, lieben Dirty Rocks. Unsere ganz lieben Vollspacken namens Hamelgriss. Mir ist gar kein passendes Wort eingefallen. Genau. Und zwar, ja, ihr kennt ja den Howie und den Grissi von Dirty Rocks, let's get dirty.de und das ist der Shop, in dem alles Weihnachtsgeld diesen Jahres am besten umgesetzt werden kann und zwar in super coole Klamotten, es gibt gelaserte Tassen, es gibt Mützen und ab jetzt quasi oder seit einer Stunde und 34 Minuten gibt es dort auch Twin Spark Merchandising zu kaufen. Yay! Ich kann es auch immer noch nicht so ganz fassen, also wirklich nicht, weil ich glaube, das werde ich erst glauben, wenn ich so den ersten Pulli mal in Händen halte, aber es ist unfassbar geil, die beiden Superhelden haben uns die Möglichkeit gegeben, dass wir wirklich da eine Kollektion, ja, einen Start bringen? Ja, einen Start bringen, genau. Ja. Also wir bieten sie nicht an und wir vertreiben sie auch nicht, um Gottes Willen. und die haben uns natürlich quasi geholfen, also sie haben uns Vorschläge unterbreitet, wir haben dann gesagt, ja, so und so und vielleicht noch ein bisschen optimiert, aber wirklich, es war eine super coole Zusammenarbeit auch und genau, also ihr könnt demnächst, wenn ihr wollt, Twin Spark Pullis und T-Shirts kaufen. und das finde ich so großartig, weil sie der Kreis so schließt, wir hatten in Folge 0, als wir so ein bisschen uns gegenseitig interviewt haben, hatten wir schon das Thema, wir brauchen dringend Merchandise, weil wir beide so ein bisschen Merchandise-Opfer sind. Stimmt. Und es hat nur 46 Podcast-Folgen gedauert, bis wir an dem Punkt sind, wir können euch eine Twin Spark Merchandise-Kollektion anbieten und ganz, ganz großer Dank, wie vorhin schon gesagt, Carina, Chris und Howie, die das irgendwie halt, also die so ein bisschen uns schon ein bisschen so angestupst haben, die ganze Zeit so, na kommt, ihr wollt es doch auch, macht doch mit, macht doch mit, macht doch mit. Ja, aber auf jeden Fall, jetzt haben wir es geschafft und es wird großartig werden, es wird schick werden, es wird eine schöne Qualität geben. Fairtrade vor allem. Ja, Fairtrade, gute Qualität, auch gute Druckqualität. Das eine oder andere Klamotte haben wir ja schon quasi, die eine oder andere Klamotte haben wir ja schon im Schrank. Vom Ehre-T-Shirt, du hast noch eines der ersten Dirty-Drucks-Hoodies bei dir im Schrank, liebe Carina. Das ist eigentlich sensizierte Qualität, supergeile Druckqualität, macht mehrfach am Waschen wie am ersten Tag, also es ist wirklich, also you get your money's worth, das sagt man so schön, das wird total toll werden und immer das lieben, nicht nur, weil unsere Logo draufsteht. Ich hoffe doch, also und was ich dann noch dazu sagen möchte, es ist nicht so, dass wir uns jetzt da eine goldene Nase mit verdienen, ganz au contraire, sondern ja, das läuft eigentlich relativ unabhängig davon, sondern ja, so die genauen Strukturen, also wir werden vielleicht das eine oder andere Gewinnspiel mal machen oder so, aber ansonsten ist es jetzt wirklich nicht so, dass da jetzt großartig, ja, wie soll ich sagen, dass ihr da jetzt großartig euer Geld auf den Kopf hauen müsst, aber... Also Carina und ich haben uns tief in die Augen geschaut bei der Geschichte und beide unabhängig voneinander festgestellt, wir wollen damit kein Geld verdienen, wenn was rumkommt an irgendwie einem kleinen, schmalen Gewinn, wird es sofort reinvestiert in irgendwie Merch, das wir raushauen zu Gewinnspielen, zu was auch immer, dass ihr da irgendwie dann daran teilhaben könnt und es wird also quasi euch wieder zugutekommen, wenn ihr bei uns Merch kauft. Genau, also wer schon immer mal ein Twinspark Pulli oder ein Twinspark T-Shirt besitzen wollte, go for it. Und wir haben echt auch coole Farben im Angebot, finde ich. Also ich feiere diesen gelben Hoodie ja krank ab, also den muss ich mir sofort bestellen. Sensational, ja, auf jeden Fall. Und gut. Das wird gut, guckt ran auf letsgetdirty.de jetzt. Genau. Wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, pauset den Podcast, geht jetzt ins Keyboard, tippt diese URL ein und bestellt. Rechtzeitig zu Weihnachten könnte es wahrscheinlich noch da sein. Weiß ich gar nicht so recht. Ist ja dann nur noch eine Woche. Silvester, not over-promising, also irgendwann. Ja, aber es ist ja vielleicht auch so, dass man nicht unbedingt als Weihnachtsgeschenk das Ganze her schenken möchte, sondern einfach das Geld, das man zu Weihnachten bekommt, wie der reinvestieren muss. Dementsprechend. I like your thinking. Ja. Werde ich zumindest, na gut, ich weiß nicht, ich werde dieses Jahr Weihnachten wahrscheinlich nichts geschenkt bekommen, weil ich ja gar nicht da bin. Aber das macht nichts. Ich freue mich auf jeden Fall krass, weil, wie gesagt, ja, es ist halt unser kleiner Podcast und jetzt gibt es Pullis davon. And cool. Ich freue mich einfach wirklich. Ja, ganz großartig. Total cool. Genau. Und zum Schluss. Und zum Schluss. Geld reinvestieren. Genau, genau, genau. Wir haben noch zwei kleine Support-Aufrufe von unseren, zwei unserer bestehenden Podcast-Gäste. Zum einen, ihr erinnert euch an den Hermann Köpf, der Scrawl Race unter anderem initiiert hat und die Auer bei Klassik von der Carina noch vorhin kurz als eine ihrer Jahreshilights berichtet hat. Das Scrawl Race gibt es seit drei Jahren und das ist organisatorisch wirklich ein Monster geworden und das kleine Team um Martin und Hermann braucht Unterstützung. Die werden wahrscheinlich in der jetzigen Form des Crowds nächstes Jahr nicht weiterführen können, weil es einfach organisatorisch zu viel geworden ist. Sie wollen aber auf jeden Fall was auf die Beine stellen und dafür brauchen sie Support. Wenn ihr Bock habt, bei FlatFat-Rennen selber unterstützend dabei zu sein, in irgendeiner Form auch immer, dann schreibt gerne Hermann oder das Crowdsport-Profil auf Insta an, meldet euch so, hallo hier, ich würde gerne helfen und Hermann organisiert demnächst dann auch ein erstes Online-Meeting, wo sie besprechen wollen, wer, wann, wie, wo, was tun kann, in einer, in welcher Form auch immer. Das wäre auf jeden Fall total toll. Crowdsport, für diejenigen, die da waren, ist ein riesengroßer Spaß. FlatFat sind bei anderen, immer schön mobile links rum. Zum Zugucken, zum Mitfahren wahrscheinlich noch derbarer Spaß. Das wäre schön, wenn dieses Format weiterleben könnte. Also insofern, wenn ihr Bock habt zu supporten, meldet euch bei Hermann direkt oder beim Crowdsport-Profil auf Instagram. Ja, auf jeden Fall. Der zweite Support-Aufruf kommt von Amelie, die ja schon zweimal bei uns im Podcast zu Gast war. Wir haben es vorhin ja auch bei unserem Rekapitation unseres total tollen Wochenendes beim ERT. Die liebe Amelie hat persönlich so ein bisschen im letzten Jahr sehr viel verdauen müssen an persönlichen Rückschlägen und beruflichen Rückschlägen, wo sie sich sehr, mit sich selber beschäftigt hat und sehr viel mit ihrer auch mentalen Gesundheit beschäftigen musste. Keine Sorge, sie hat mir heute gerade geschrieben, ihr geht es sehr viel besser als vor einem Jahr noch. Sie hat aber auf jeden Fall erkannt, dass sie für das Thema mentale Gesundheit gerne mehr tun wollen würde. Und wenn ihr bei ihr auf Insta folgt, habt ihr auch schon gesehen, sie hat schon erste Aufrufe geteilt, sie würde gerne eine Non-Profit-Organisation für mentale, zur Förderung mentaler Gesundheit unterstützen. Und wenn ihr zu Weihnachten jetzt noch irgendwie ein, zwei irgendwie Euro übrig habt, statt das nächste Weihnachtsgeschenk zu kaufen, spendet gerne an sie, an die Organisation, die sie unterstützen möchte. Weitere Informationen findet ihr bei ihr auf ihrem Instagram-Kanal, sie hat auch eigene Storys dazu gemacht. Das wäre total toll, ihr da weiterzuhelfen, um auch andere Leuten, die strugglen, da unterstützen zu können, auch wieder aus ihrem quasi dunklen Loch rauszukommen. Und wieder irgendwie so für sich selber eine positive Lebenseinstellung gewinnen zu können. Das wäre auf jeden Fall uns eine Herzensangelegenheit, wenn ihr da auch mit zu beitragen könntet. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, auf jeden Fall. Ich werde das jetzt auch gleich noch machen. Ich habe gesehen, du hast schon was gespendet und das werde ich jetzt auch gleich mal machen, weil ja, zum einen liegt mir Amelie sehr am Herzen und zum anderen finde ich das Thema halt einfach auch wichtig und ja, ich meine, wir haben es anfangs ja auch schon erwähnt, ist es gerade auch irgendwie die Jahreszeit dafür, um zur Ruhe zu kommen oder eben im Jahresendstress zu versinken oder irgendwie versuchen, beides unter einen Hut zu bekommen und gerade zumindest ist mir in den letzten Wochen auch aufgefallen, wie sehr mir das Thema Motorradfahren einfach fehlt, wenn es nicht da ist, für mein mentales Wohlbefinden, weil das irgendwie so die Me-Time ist, die ich ja, wenn Motorradfahren wegfällt, einfach nicht mehr habe und dann auch regelmäßig vergesse, sie mir zu nehmen und dann bricht einfach doch relativ schnell relativ viel über einen herein und von daher ja, finde ich jetzt einfach auch gerade die Zeit relativ passend und an der Stelle passt einfach alle auf euch auf und genau schaut, dass ihr schnell wieder aufs Motorrad kommt, damit ihr wieder Me-Time zum Nachdenken habt. Sehr schön. Zumindest versuche ich das jetzt gleich mal und genau, werde ich mich jetzt gleich mal noch dransetzen, Amelie zu unterstützen. Sehr schön. Vielen, 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 vielen Dank. Ja, du merkst halt einfach so, weißt du, wir kennen Amelie alle so ein bisschen als dieses, ich habe es ja auch persönlich gesagt, wir haben gestern kurz telefoniert, sie ist so das Duracell-Männchen oder Frauchen, die immer Energie, immer tausend Sasser Hans hat mit allen Gassen und wenn du erlebst, wie sie dann plötzlich sagt, okay, fuck, ich habe jetzt gerade irgendwie eine Grenze erreicht, das geht nicht mehr, dass das irgendwie schon so ein Warnsignal ist an der Stelle und wo jeder für sich selber mal reflektieren muss, okay, dauernd außerhalb seiner eigenen Komfortzinn zu sein, ist auch nicht gesund, deshalb achtet auf euch oder unterstützt die, die gerade so ein bisschen irgendwie da so ein bisschen strugglen und ihre eigenen, ihren eigenen Mittelpunkt wiederfinden müssen. Insofern, vielen Dank für Ihr Support an der Stelle schon mal und Amelie, dankt euch auch, glaube ich, ganz, 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 ganz dolle. Und danke auch an dich, Amelie, selbst, dass du dich da so kümmerst und dass du sowas auf die Beine stellst, weil es ist ja auch immer notwendig, dass sich Leute einfach kümmern und dass Leute aus ihren eigenen Erfahrungen heraus das Ganze weitertragen und versuchen, vor allem, vor allem, vor allem, vor allem ist das erst mal adressiert, sagen Sie, ich habe da ein Problem und ich hatte ein Problem. Da erstmal so ein bisschen für sich selber irgendwie das klar zu adressieren, das ist für viele das, glaube ich, schon so ein No-Go und den Mut zu haben, zu sagen, so Alter, mir ging es da richtig überhaupt nicht gut und das hat irgendwie so ein bisschen mich echt beschäftigt und dazu anderen auch die Möglichkeit zu geben, sich damit auseinanderzusetzen. und so, ja, ich habe ein gleiches Problem und ich beschäftige mich damit. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr mutig und sehr unterstützenswert. Insofern, Amelie, du hast unseren Support. Aus tiefstem Herz. Ja. Wo wir gerade beim Danke sagen sind, danke Carina für den 46 Folgen Twin Spark Podcast. Das ist immer wieder ein, ich habe immer so gefühlt, die letzten Wochen und Monate viel zu wenig Zeit gehabt, miteinander diesen Podcast aufzudehnen und so zu machen. Wir machen das beide privat und auch beruflich und in anderen Unfällen ziemlich viel, irgendwie gerade um die Ohren und ich merke gerade aber auch nach irgendeiner Stunde 45 jetzt, wie gut es mir tut, einfach mit dir zu quatschen und die Reflexion von unseren Gästen, das war für mich so eine, ach Gott, das waren alles tolle Momente und das hat mir selber so viel Energie wiedergegeben, so viel Aufwand, es hat mir selber so viel Energie wiedergegeben und danke, dass du den Quatsch mit mir machst. Sehr, sehr, sehr gerne, mein lieber Alex. Und das Gleiche kann ich dir auch noch zurückgeben, weil ja, scherzhalber, eigentlich nicht so richtig scherzhalber sage ich auch immer, ich habe heute Abend wieder Therapiestunde, wenn ich Podcasts aufnehme. Weil, ähm, es ist wirklich so, selbst, selbst wenn es mir, also es ging mir bei manchen Folgen unabhängig von Gästen oder von dir, aber schon einfach, weil ich selber fix und fertig war und einfach nur schlafen gehen wollte, schon so, dass ich kurz vorher absagen wollte und dachte mir dann so, oh nee, kannst du jetzt nicht machen und der Gast hat zugesagt und war eigentlich voll müde und nach eineinhalb Stunden so endorphin geladen und so gut gelaunt und wieder so, ähm, ja, aufgeladen, ähm, wie, ich weiß nicht, keine Ahnung, also selten eine Aktivität, das ähnlich machen kann mit mir und von daher bin ich dir so dankbar, dass wir das gemeinsam ins Leben gerufen haben und nach wie vor auch durchziehen, weil es sind ja jetzt dann doch über eineinhalb Jahre inzwischen, im April werden es zwei Jahre und es ist auch in der Zeit so unfassbar viel Schönes passiert, seitdem wir uns kennengelernt haben und seitdem wir den Podcast gestartet haben und ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr dankbar um alles, was passiert ist und vor allem um dich und deine Freundschaft und dass wir uns kennen und dass wir einfach so eine tolle Zeit immer zusammen haben. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Das ist schön, das ist mittlerweile, also wir kennen uns ja mittlerweile schon einigermaßen und ich, ich sehe es dir auch schon an, wenn du weißt, okay, Carina ist heute echt so ein bisschen um den Zahnplanschen in den Podcast gerobbt, aber geil, dass du es durchziehst und ich meine, das Schöne ist, wenn man dich so beobachtet, du blühst ja so richtig, wie du es gerade geschaut, du blühst so richtig wieder auf. Das ist so, so ein bisschen jetzt wieder Dünger rauf, bisschen nachgegossen und das blüht das Pflänzchen wieder und das ist, und das ist für mich so, das, das schnell verritäte Sinnbild für das, was ich hoffe, was unsere Hörer mit unserem Podcast anfangen können, dass sie einfach so ein bisschen, was du vorhin gesagt hast, die Me-Time haben, ich hocke mich jetzt mal eine Stunde aufs Sofa und höre einfach Menschen zu, die über Motorrad quatschen und vielleicht eine lustige Geschichte zu erzählen haben, die mich selber zu irgendwas inspiriert. Ich kann nur sagen, die ganzen Begegnungen mit unseren Gästen, auch mit dir, haben mich zu so viel Zeug inspiriert und so vielen neuen Gedanken und Energie gegeben, das möchte ich nicht mehr missen und insofern irgendwie auf die nächsten 46 Folgen, 183 Folgen, also, da geht noch einiges. Auf jeden Fall. Also, die Dankbarkeit des Jahres ist auf jeden Fall unter anderem du und dieser Podcast. Yay! Spiegel, sage ich da nur. Spiegel, Spiegel, Spiegel. Ein schöneren Abschluss gibt es, glaube ich, nicht für diese Folge. Wir sind jetzt kurz vor Weihnachten. Wir wünschen euch alle eine gute und geruhsame Zeit. Die letzten Arbeitstage bringt sie gut hinter euch. Hört ganz viel Podcast. Geht in die Garage, streichelt euer Moped, schraubt ein bisschen dran rum. Überlegt euch, welchen Quatsch ihr nächstes Jahr auf Motorrad tun könntet. bleibt uns weiterhin treu und vielen, vielen Dank für die gute Zeit mit euch. Genau. Und mir auch vielen, vielen Dank. Bleibt gesund. Erholt euch. Schöpft Energie. Passt auf euch auf. Und ja, wir sehen uns im nächsten Jahr auf der Straße oder Offroad oder beides. Wir tun uns auf Offroad. Tschüss! 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 Tschüss!